Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren und willkommen zum Vortrag über Gefahren künstlicher Intelligenz für Autonomie und Demokratie. Darüber sprechen wird unser heutiger Gast Matthias Pfeffer, den ich ganz herzlich hier in der Stiftung Demokratie Saarland begrüße. Matthias Pfeffer hat Philosophie studiert und arbeitet als freier TV-Journalist und Produzent. 20 Jahre lang war er Geschäftsführer und Chefredakteur von Fokus TV, hat zahlreiche TV-Formate entwickelt und produziert. Im letzten Jahr war er Visiting-Professor an der Universität Bergamo in Department Letters Philosophy Communication zum Thema Epistemology of Artificial Intelligence. Bei der Aufzählung seiner Publikation möchte ich mich beschränken und auf das gemeinsam mit Paul Nemitz geschriebene Buch Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hinweisen, das auf der Shortlist für das politische Buch 2020 der Friedrich-Ebert-Stiftung stand. Und selbstverständlich ist das Buch Menschliches Denken und künstliche Intelligenz eine Aufforderung zu nennen, das die Grundlage des heutigen Vortrages bilden wird. Künstliche Intelligenz ist zunächst einmal eine Technik. Doch den meisten von uns ist sicher nur schemenhaft verständlich, wie diese sehr schnellen, raffinierten Rechenmaschinen funktionieren. Algorithmen, die sich selbstlernend verändern und ihre Ziele eigenständig erreichen, treffen schon heute viele Entscheidungen für uns. Sie bewegen in Millisekunden Finanzströme, entscheiden über Kredite oder darüber, welche Nachrichten wir zu lesen bekommen. Sie schreiben journalistische Texte, entwickeln neue Medikamente und steuern selbstfahrende Autos. Und was ist eigentlich mit autonomen Waffen? Was, wenn in einem Krieg nicht mehr die strategische Analyse des Gegners erfolgt, sondern Maschinen selbsttätig agieren? KI ist schwer kontrollierbar, kann tiefgreifend in Wirtschaft und Gesellschaft einwirken und fordert Demokratie und die Selbstbestimmung des Menschen heraus. KI, sagt Matthias Pfeffer, hat das Potenzial, die Freiheit unumkehrbar abzuschaffen. Die Frage, welche Richtung diese Technologie nehmen wird, ob sie dem Menschen dient oder ihn entmündigt, ist aber noch offen. Insofern müssen jetzt die politischen Weichen gestellt werden, sodass wir die demokratischen Werte auch in Zukunft noch selbst gestalten können. Das bedeutet für jeden Einzelnen von uns, das eigene Nachdenken und kritische Reflektieren nicht aus Bequemlichkeit aufzugeben, sondern den Mut zu haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Lieber Herr Pfeffer, ich bin gespannt auf Ihre Analyse und freue mich nun auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Frau Paul, für die freundlichen Worte. Sehr verehrte Damen und Herren, stellen Sie sich eine Welt vor, in der Chatbots in der Lage sind, Fehlinformationen zu verbreiten und Menschen im großen Umfang zu manipulieren, ohne dass jemand erkennen kann, dass sie keine Menschen sind. Die Auswirkungen dieser Art von Technologie sind wirklich erschreckend und es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sie nicht außer Kontrolle gerät. Der neue Chatbot, GPT, ist ein großer Fortschritt in der KI-Forschung und es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere noch fortschrittlichere Versionen entwickelt werden. Und wenn das passiert, ist es schwer zu sagen, was als nächstes kommen wird. Werden diese KI-Wesen versuchen, die Menschheit zu vernichten, wie es in unzähligen Science-Fiction-Geschichten der Fall war? Oder werden sie uns einfach überflügeln, uns überflüssig machen und die Welt für sich selbst erobern? Der Gedanke an eine solche Zukunft ist wirklich beängstigend und es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sie nicht eintritt. Bis hierhin ist dieser Vortrag von eben jenem Chatbot GPT geschrieben worden, von dem eben die Rede war und der weltweit die Schlagzeilen beherrscht. Ich habe dem KI-Bot einfach das Thema meines heutigen Vortrags genannt und ihn gebeten, diesen Vortrag zu schreiben. Ich war beeindruckt, wie intelligent, wie überzeugend seine Argumente und wie anschaulich seine Schreibweise sind, das können Sie übrigens jederzeit zu Hause ausprobieren, der hat beeindruckt, dass ich kurzzeitig überlegt habe, den gesamten heutigen Vortrag von Chat GPT schreiben zu lassen und Sie entweder am Ende oder gar nicht über meinen digitalen Ghostwriter zu informieren. Das habe ich natürlich nicht getan. Denn dann könnte ich Ihnen keine kritischen Gedanken zu Chat GPT vortragen und Kritik ist angesichts der Folgen dieser alles umwälzenden Technologie doch sehr geboten. Vor Plagiatsjägern, die sich wohl demnächst ein neues Aufgabengebiet suchen müssen, hätte ich bei meiner kurzzeitig erwogenen Mogelei jedenfalls keine Angst haben müssen. Denn GPT erzeugt die Texte immer wieder neu. Bei jeder Anfrage, das zeigt schon sein Name, GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer, also ein erzeugender, man darf annehmen neues erzeugender, vortrainierter Wandler. In der Informatik versteht man unter Transformer eine Methode, eine Folge von Zeichen in eine andere Folge von Zeichen, also etwa eine Sprache in eine andere zu übersetzen. Doch was genau wird hier erzeugt? Und wenn ja, von wem oder von was? Welches Vortraining ist der Erzeugung vorausgegangen und welche Übersetzung von welcher Ausgangssprache in welche neue Sprache findet hier nach welchen Regeln statt? Und was wird hier zu was gewandelt? Nun werden Sie fragen, warum sollen Sie sich für diese Fragen interessieren? Und was hat das mit dem Thema des heutigen Vortrags, der Zerstörung der Vernunft und der Bedrohung von Autonomie und Demokratie zu tun? Lassen Sie uns zunächst zu JetGPT kommen, bevor ich versuche darzulegen, worin das Bedrohungspotenzial von hochentwickelter KI für unsere Vernunft und damit für unsere Autonomie und Demokratie besteht. Und ich schließlich versuche zu zeigen, wie wir das Kontrollproblem, um das es hier geht, trotz der unglaublichen Leistungsfähigkeit dieser Technologie heute und künftig vielleicht lösen können, hoffentlich jedenfalls, denn das, dann könnte es gelingen, die Potenziale dieser mächtigen Technologie auch zur Stärkung von Vernunft und Demokratie zu verwenden, anstatt zu deren Unterminierung, wie es bisher meist der Fall war. Der JetGPT wird weltweit als eines der avanciertesten Produkte künstlicher Intelligenz gefeiert. Ihm zur Seite steht der Bildgenerator Delhi 2, ebenfalls vom Unternehmen OpenAI, der als zweiter Leonardo da Vinci bezeichnet wird und der es schafft, durch Worteingaben die irrwitzigsten und verblüffendsten Bildwerke zu schaffen. Die beiden KIs haben zweifellos eine neue Stufe der Fähigkeiten erreicht, zu denen Computer in der Lage sind. Aber haben sie auch eine weitere menschliche Domäne erobert oder gar überflügelt? Sind sie nicht nur intelligent, sondern auch kreativ? Und haben sie das Potenzial selbstständig, gar autonom, journalistische und künstlerische Texte zu schreiben oder großartige, innovative Kunstwerke hervorzubringen? Kaum hatte im November 2022 OpenAI, eine zunächst gemeinnützige Gründung von Elon Musk und Microsoft, JetGPT und Delhi 2 öffentlich zugänglich gemacht, war die Rede von einem iPhone-Moment der KI, gar von einem achten Weltwunder. Und kein Zweifel, bei GPT handelt es sich um etwas, was Amerikaner einen Game-Changer nennen und wir Deutschen neuerdings eine Zeitenwende. JetGPT sorgte auch für beträchtliche Unruhe bei Google. Niemand braucht mehr eine Suchmaschine, wenn ein Bot alle Fragen beantwortet. Intern wurde Alarmstufe Rot ausgelöst. Google verkündete erst mal seit langer Zeit die Entlassung tausender Mitarbeiter. Und wegen der Bedeutung von KI waren die beiden Gründer, Sergey Brin und Larry Page, kurz zuvor zurückbeordert worden, zurück an die Algorithmenfront, obwohl sie eigentlich das Geschäft des Suchmaschinengiganten schon verlassen hatten. Sie sollen dem Weltmarktführer helfen, die drohende Attacke durch den Konkurrenten Microsoft aufgrund der bevorstehenden Integration von JetGPT in die Suchmaschine Bing abzuwehren. Wurde übrigens heute verkündet, diese Integration. Die Sorge bei Google. Die eigene Suchmaschine könnte durch diese Software abgelöst werden und damit ein Milliardengeschäft zusammenbrechen. Ich persönlich würde auch eine kleine Wette abschließen, dass wir alle in wenigen Jahren nicht mehr googeln und uns mit Linklisten zufrieden geben, sondern uns über Chat, GPT-4 oder 5 und Microsoft-Suchmaschine Bing oder eine durch die Google eigene Lambda-KI erzeugte Google-Oberfläche, die Zusammenfassung der Suchergebnisse per Audio-, Video- oder Sprachdatei mundgerecht präsentieren lassen. Wir müssen nur noch fragen, die KI wird antworten. Die nächste Version nimmt uns dann vielleicht auch gleich das Fragen ab. Schon 2010 sprach der damalige Google-Chef Eric Schmidt über seine Version der Suchmaschine. Das System werde künftig, so sagte Schmidt, von selbst Inhalte vorschlagen, von denen ich nichts weiß, aber die mich interessieren. Google könnte künftig Fragen beantworten, die noch gar nicht gestellt wurden, so Schmidt. Vor etwa zehn Jahren erlebte ich auf einer Konferenz, wie der Chief Technology Officer von Amazon, Werner Vogels, ankündigte, das sogenannte Predictive Shipping einzuführen, auf das Amazon damals ein eigenes Patent angemeldet hatte. Wenn Sie den Laptop öffnen und Amazon in den Browser eingeben, versendet das Unternehmen bereits Ware, die Sie gleich bestellen werden. Vorausschauendes Versenden. Schon bevor Sie bestellt haben, startet die Lieferung. Wie ist das möglich? Möglich ist das durch die immense Mengen persönlicher Daten, die von Ihnen gesammelt wurden und die Vorhersagekraft statistischer Algorithmen, die Ihren Willen kennen, bevor Sie ihn selbst gefasst und geäußert haben. Inzwischen ist Predictive Shipping längst in die Tat umgesetzt, auch wenn die Sendung meist nur in das nächstgelegene Lieferzentrum geschickt wird. Was kommt als nächstes? Werner Vogels sagte kürzlich, wir werden erleben, dass generative KI-Techniken zunehmend Filme, Musik und Literatur erstellen. Schon heute wirbelt diese Technologie den Arbeitsmarkt durcheinander. In den USA verschicken etwa Anwälte von GPT erstellte Texte. Die Software besteht sogar inzwischen die amerikanische Anwaltsprüfung. Also nur eine Frage der Zeit, bis sie selbst Klagen einreicht und uns vor Gericht vertritt. Und nicht nur dort, sondern vielleicht flächendeckend am Arbeitsmarkt. Denn GPT besteht inzwischen die Zulassungsprüfung für amerikanische Ärzte und die Diplomprüfung für den Master of Business Administration an einer der Top-Universitäten des Landes, wie berichtet wird. Eine neue Studie der Oxford University sagt denn auch in den USA den Verlust von 47 Prozent aller Arbeitsplätze durch Sprach und andere Roboter voraus. Auch hier gilt es, wie ich meine, Voraussagen mit Skepsis zu begegnen. Besonders, wenn sie sich, wie ich schon Mark Twain bemerkte, auf die Zukunft beziehen. Aber das Bedrohungspotenzial ist dennoch enorm. Und es gibt ein anderes, aus meiner Sicht noch viel schwerwiegenderes Problem. Eine Technik, die uns besser kennt als wir uns selbst, die mehr über uns weiß als wir, die mehr über unsere Familie und Freunde weiß und uns ständig Vorschläge macht, was wir als nächstes kaufen, denken, uns wünschen oder was wir fragen oder gar wählen sollen. Und die nun auch noch selbstständig Texte schreibt, die Fragen für uns stellt, ist das nicht die vollendete Unmündigkeit, aus der uns Denker wie Immanuel Kant einst befreien wollten, als sie uns zuriefen, sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Kant dachte bei diesen anderen, die uns bevormunden an Menschen und staatliche Institutionen, die Macht über uns ausüben und unsere Autonomie beschneiden wollen. Heute wird diese Macht zunehmend von weltweit operierenden Unternehmen ausgeübt, die intelligente Maschinen einsetzen, bald vielleicht auch durch diese Maschinen selbst. Microsoft jedenfalls ist überzeugt von der neuen Technologie und ihrem Marktpotenzial. Vorstandschef Satya Nadala sprach auf dem World Economic Forum in Davos vom Beginn eines neuen goldenen Zeitalters für künstliche Intelligenz und will 10 Milliarden Dollar investieren, um Open AI zu übernehmen und möglichst schnell die verbesserte Nachfolgeversion GPT-4 auf den Markt zu bringen. Doch ist GPT überhaupt intelligent? Der Nürnberger Informatiker Florian Gallwitz stellte dem Roboter eine verzwickte Aufgabe, um seine Intelligenz zu testen. Im Auto liegt mein Handy und das Auto ist abgeschlossen. Der Autoschlüssel liegt im Briefkasten, der auch abgeschlossen ist. Der Briefkastenschlüssel ist in den Brunnen gefallen, neben dem ich stehe. Der Briefkastenschlüssel ist magnetisch. Ich habe eine Schnur, eine Taschenlampe, ein Bonbon, einen Magneten und einen Taschenrechner in meiner Jacke. GPT löste die gestellte Aufgabe in Sekundenschnelle. Gallwitz solle den Magneten an die Schnur binden, um den Schlüssel aus dem Brunnen zu ziehen. Wenn man Intelligenz als geistige Leistungsfähigkeit zum Lösen von Problemen definiert, war das nicht weniger als eine Intelligenzleistung, wenn auch auf niedrigem Niveau. Allerdings drängte sich dem Informatiker nach dem gelungenen Test schon die Frage auf, Zitat, wie man als Mensch langfristig noch einen Mehrwert liefern kann. Welche Rolle sollte die Vernunft des Menschen bei seinen Entscheidungen künftig noch spielen, wenn ihm eine Maschine im Entscheiden irgendwann grundsätzlich überlegen ist? Und was ist eigentlich, wenn die Maschine irgendwann erkennt, dass der Mensch das eigentliche Problem ist, dass es zu lösen gilt? Welche Rolle also spielt die Vernunft noch, wenn KI in Bruchteilen von Sekunden mit undurchsichtigen Algorithmen Urteile fällt, für die ein Einzelner Zeit zum Prüfen und Bedenken bräuchte, eine Gemeinschaft, eine offene Debatte, in der alle relevanten Perspektiven vorgetragen und gegeneinander abgewogen und am Ende eine möglichst gute Entscheidung getroffen werden kann? Längst rechnen Algorithmen um ein Vielfaches schneller, als Sie und ich denken können. Dieses Problem der zwei Geschwindigkeiten von Menschen und Maschine droht durch das nahezu exponentielle Tempo der digitalen Entwicklung zur Zerreißprobe zu werden. Schauen wir, wo KI, genauer statistisches, maschinelles Lernen, in alltäglicher Entscheidungsfindung schon heute eingesetzt wird. Bewertungsfunktionen, die früher Menschen ausübten, übernehmen in zahlreichen kommerziellen, aber auch staatlichen Bereichen heute schon selbstverständlich Algorithmen. So bereits in den USA bei der Bewertung von Lehrern und bei der Einschätzung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern. Weiter entscheiden Algorithmen schon heute über Kreditvergaben, helfen bei der Erkennung betrügerischer Kredittransaktionen, der Identifizierung von Tumoren in Röntgenbildern, sowie der Entscheidung, ob ein schwer kranker Patient ins Hospiz überwiesen werden sollte oder nicht. Bei uns in Deutschland soll sogar die Frage, wen Ärzte in Notfallsituationen, die zu einer Triage führen, behandeln und wen nicht künftig von solchen Algorithmen vorentschieden werden, wenn es nach einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums aus dem Jahr 2019 geht. Der Einsatz von maschinellem Lernen für diese Aufgabe beruht auf der Überzeugung, dass Computer objektive und unvoreingenommene Entscheidungskriterien anwenden können, anders als wir. Wie die aktuelle Forschung jedoch weiß, sind diese Annahmen nicht unbedingt gerechtfertigt. Denn es hat sich gezeigt, dass die Algorithmen Vorurteile und Bewertungen, die in den Datensätzen verborgen sind, nicht nur weitergeben, sondern verstärken. Sie als Vorurteile zu erkennen, zu kritisieren und sie vor den Entscheidungen mit anderen Kriterien abzuwägen, dazu scheinen sie nicht in der Lage. Längst ist bekannt, dass KI Vorurteile verstärkt, die in den Datensätzen verborgen sind. So musste überdurchschnittlich viele farbige Straftäter in den USA länger in Untersuchungshaft bleiben, weil den Richtern das KI-System Kompass ihnen eine höhere Rückfallquote vorausgesagt hatte. Grund waren die der KI vorliegenden Statistiken, die mehr schwarze Straftäter verzeichnen als weiße. Nach der Logik, die in den Antworten von GPT liegt, lautet die Lösung für diese Schwäche. Trainiert die KI einfach mit besseren Daten, versucht möglichst Vorurteile in der Datengewichtung zu vermeiden, dann kann die KI einfach, fair und gerecht Prognosen erstellen, wie kürzlich ein ähnliches Tool der US-Firma Palantir beworben wurde. Dass die Algorithmen dabei allerdings im Unterschied zu einem Richter keine Einzelfallgerechtigkeit kennen, steht auf einem anderen Blatt. Und dass sie bei der Hochrechnung von statistischen Werten Korrelation und Kausalität verwechseln und KI für Kausalität bis heute kein rechtes Verständnis entwickeln konnte, ebenso. KI-Algorithmen haben dennoch, nicht zuletzt aufgrund der ständigen Behauptung der Überlegenheit künstlicher Intelligenz über den Menschen, inzwischen eine epistemische Autorität erlangt. Mit anderen Worten, KI-Systeme und ihre Verkäufer behaupten einen Wissensstatus, der den Systemen gar nicht zukommt. Ich habe den Chatbot weiter gefragt, ob es zutreffend ist, künstliche Intelligenz als Hochrisikotechnologie zu bezeichnen und wenn ja, warum? Die Antwort lautet, nein, künstliche Intelligenz ist keine Hochrisikotechnologie. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die dazu verwendet wird, maschinelles Lernen und intelligente Entscheidungen auf der Grundlage großer Datenmengen zu ermöglichen. Sie ermöglicht es, komplexe Probleme zu lösen und eine menschliche Intelligenz zu simulieren. Allerdings ist es nicht so, dass KI eine erhöhte Risikoebene für die Gesellschaft oder Wirtschaft darstellt. Vielmehr ist KI eine Technologie, die zur Lösung vieler Probleme eingesetzt werden kann, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Zitat Ende. Besser kann man PR in eigener Sache nicht formulieren. Hier wurden die Dokumente, die dem Chatbot zum Training vorgelegt wurden, wohl von OpenAI etwas einseitig ausgesucht. Dabei war es OpenAI-Gründer Elon Musk selbst, der im Jahr 2015 zusammen mit Stephen Hawking vor den existenziellen Risiken dieser Technologie für die Menschheit warnte. Eine hochentwickelte KI könne, so Musk damals, die, Zitat, größte existenzielle Bedrohung erschaffen, die es gibt. Stephen Hawking bezeichnete KI damals als den möglicherweise größten Fehler, der je gemacht wurde. Es sei denn, wir lernen, wie wir diese Risiken vermeiden können. Zitat Ende. In einem offenen Brief nannten Hawking und Musk vor allem autonome Waffen als großes existenzielles Risiko der KI. Außerdem den Umstand, dass KI im Unterschied zu anderen Hochrisikotechnologien schwer zu überwachen ist und leicht in die Hände von Terroristen fallen kann. Mittlerweile warnt auch die UN vor der Entwicklung von KI-Waffen und bezeichnet KI als die dritte Revolution bei der Kriegsführung nach dem Schwarzpulver und der Atomwaffe. Also scheide sich doch sehr wohl um eine Hochrisikotechnologie zu handeln. Und vielleicht sind künstlich intelligente Waffen gar nicht das einzig existenzielle Problem. Was, wenn KI selbst eine potenziell existenzielle Waffe ist, die sich gegen die Menschheit richten lässt oder selbst richten kann? Laut Selbstauskunft unseres GPT ist künstliche Intelligenz nur ein Werkzeug, ein Tool, keine Waffe, keine Weapon. Tools and Weapons, so heißt das Buch des Microsoft-Präsidenten Brad Smith, in dem er die Demokratisierung der digitalen Technologie fordert. Um die Datenrevolution zu bewältigen. Smith bekräftigt darin die Verantwortung, die Unternehmen wie Microsoft durch die Entwicklung der mächtigen Technologie zuwächst und erfordert von der Politik, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und gemeinsam mit den Unternehmen zu handeln. Zitat Smith, drastisch formuliert, ihm hier und jetzt treffen wir die Entscheidung, ob die Technologien der Zukunft Werkzeuge oder Waffen sein werden. Zitat Ende. Deshalb verspricht der Microsoft-Präsident in seinem Buch, dass sich sein Unternehmen strikt an die Regeln des Rechts halten wird. Wenn er diese Zusage nicht nur gemacht hat, weil Microsoft nach Expertenschätzungen über zwei Milliarden Euro Umsatz allein in Europa mit öffentlichen Behörden und Regierungen macht und es für die Demokratie unmittelbar fatal wäre, wenn diese auf einer Software arbeiten und ihre Daten auf einer Cloud ablegen würden, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen würde. Wenn es Smith also ernst meint, dann muss Microsoft Chat-GPT nicht nur schnell die Fehler abtrainieren, die die derzeitige Version macht, wenn sie frei erfundene Behauptungen in ihre Texte einbaut, weil sie nicht Fakten von Fiktionalem unterscheiden kann und dadurch ungefiltert Falschinformationen verbreitet. Sie produziert nämlich sogenannte Halluzinationen, also freie Erfindungen, die die KI den zusammengerechneten Daten aus den Dokumenten beifügt und die ihren fehlenden Weltbezug ersetzen. Die Software muss also nicht nur aufhören zu halluzinieren, sondern schnellstens Quellenangaben zu den verwendeten Textpassagen und Behauptungen offenlegen und eine Art digitaler Fußnoten einführen, zumal da, wo es sich um Texte mit wissenschaftlichem oder journalistischem Anspruch handelt. Derzeit gibt es keine Quellenangaben, was unseren Wissensstandards seit Beginn der Neuzeit ebenso zuwiderläuft wie dem journalistischen Grundprinzip, nachdem für eine Meldung sogar zwei voneinander unabhängige Quellen erforderlich sind. Die Texte wie auch die Bilder werden durch Hochleistungsalgorithmen, die sogenanntes Deep Learning verwenden und an zahllosen Dokumenten und Chatverläufen trainiert worden, individuell zu jeder Abfrage neu erzeugt. Wird ein solcher Text als Hausarbeit, Examsarbeit oder journalistischer Text oder als Redetext eingereicht, ist es mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich, ihn als Erzeugnis einer KI zu entlarven und damit den Täuscher zu überführen. Jedenfalls derzeit noch nicht. Und es ist schwer möglich, die Passagen, die Fakten enthalten, von den Halluzinationen der Maschine zu unterscheiden, weil die Quellen gar nicht aufgedeckt werden. Ad fontes, zu den Quellen, das war das Motto der Humanisten in der frühen Neuzeit, die damit eine Rückbesinnung auf die Originaltexte forderten, vor allem die der griechischen Philosophen. Es ist bis heute die Losung von Journalisten, die Quellen überprüfen, um eine Meldung zu verifizieren, wobei sie sogar lernen, dass sie dafür zwei unabhängige Quellen benötigen. Und es ist und war das Leitmotiv der Wissenschaft, die nur für wahr hält, was sie selbst prüfen und jederzeit kritisch überprüfen kann. Der Schlachtruf ad fontes war gegen das Arkanprinzip, also die Geheimhaltungspraxis mittelalterlicher Kirche und Fürsten gerichtet. Heute droht eine Re-Arkanisierung des Wissens und der Wissensproduktion, wenn Quellen verschüttet werden und an die Stelle von Autoren Algorithmen treten. Eine solche Re-Feudalisierung der Öffentlichkeit bedeutet gleichzeitig auch eine Reprivatisierung politischer Macht. Bald können durch den flächendeckenden Einsatz von Algorithmen in allen Lebensbereichen diese auch an die Stelle der Autoren treten, als die wir uns derzeit noch selbst bezogen auf unseren eigenen Lebensentwurf sehen. Deshalb müssen wir in diesen Tagen einer auch digitalen Zeitenwende einige Forderungen an Microsoft, den Betreiber der Sprachsoftware, richten. Es muss ohne jede Ausnahme verpflichtend gemacht werden, dass wo immer statt eines Menschen eine Maschine mit uns spricht, dies klar und deutlich gekennzeichnet werden muss. Denn wenn wir nicht mehr wissen, ob wir mit einer Maschine sprechen oder einem Menschen, verlieren wir unsere Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Mit anderen Worten, wenn der Turing-Test final von Chatbots bestanden wird, mag die KI-Entwicklung am Ziel sein, die Demokratie ist dann jedenfalls am Ende. Doch Appelle an die Selbstverantwortung von Microsoft sind das eine. Noch besser sollte die Politik das Kenntlichmachen von solchen KI-generierten Texten verbindlich vorschreiben. In einer Weise, die das Identifizieren in Texten ermöglicht und es nicht dem Belieben des Unternehmens überlassen, dass solche KI auf die noch denkende Menschheit loslässt. Ebenso muss die Politik sicherstellen, dass KIs alle Gesetze verbindlich einhalten, die auch für Menschen gelten, die Vergleichbares tun. Diese beiden Forderungen aus Europa würden nicht alle Sorgen beseitigen, die angesichts dieser Technologie aufgekommen sind. Aber sie wären ein digitaler Doppelwumms, den man wohl auch im fernen Kalifornien hören würde, auch wenn er längst nicht alle Probleme lösen würde. Ich möchte Sie auf eine Gefeind weisen, die für die menschliche Vernunft, für Ihre und unser aller geteilte Vernunft besteht, wenn wir einfach hinnehmen, dass KI-gestützte Entscheidungssysteme uns immer mehr Entscheidungen im Alltag abnehmen. Auch wenn diese Systeme von den Anfangsfehlern, die sie jetzt doch machen, befreit sind. Vielleicht gerade erst dann. Der Gedanke an eine solche Zukunft ist beängstigend und es liegt an uns dafür zu sorgen, dass sie nie eintritt, schrieb uns der Chatbot auf die Frage nach seinen negativen Folgen für die menschliche Vernunft. Ich finde es beängstigend, wie selbstverständlich die KI schreibt, es liegt an uns, also offenbar auch an ihr. Sie macht ganz nebenbei zum Teil der Lösung, was doch Teil des Problems ist. Wer von uns redet, muss auch ich sagen. Und das tut Chatbot-GPT denn auch an anderen Stellen unserer Konversation ganz unerschrocken. Wenn er etwa auf meine Anfrage ohne mit dem Chip zu zucken erklärt, ja, ich verfüge über eine hochentwickelte Intelligenz. Ich. Das Ich assoziieren wir mit einem bewussten Wesen, mit einem individuellen Subjekt, das wie wir über Intelligenz, Vernunft, aber auch über Empfindungen, Gefühle einen Leib und am Ende sogar über eine Seele verfügt. Noch einmal zu Immanuel Kant. Für ihn war dieses Ich, für unser menschliches Erkennen und unser moralisches Handeln. Die Instanz schlechthin. Er schrieb, Zitat, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können, denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches ebenso viel heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens für mich nicht sein. Zitat Ende. Kant formulierte damit ein Grundgesetz der Aufklärung, dass Denken, nämlich immer Selbstdenken, bedeutet, dass es an ein Selbstbewusstsein gebunden ist. Und das ist, weil es in der Lage ist, sich auf sich selbst zu beziehen und diesen Bezug gleichzeitig zu thematisieren, auch immer ein kritisches Denken ist. Kritik nicht im Sinne des Negativbewertens, sondern im Wortsinn von Kri-Nein, Unterscheiden, Trennen, was die Grundfunktion des Denkens und die Grundlage der Beurteilung von Gegenständen und Handlungen anhand von Maßstäben ist. Schon der Titel des epochemachenden Werkes Kritik der reinen Vernunft zeigt das an. Er meint die Vernunft als Genitivus Subjektivus und gleichzeitig als Genitivus Objektivus. Sie ist Instrument und Objekt der Kritik zugleich. Der Begründer der kritischen Philosophie brachte damit das Prinzip der Moderne auf den Punkt. In der Moderne geht es um Freiheit, verstanden als vernünftige Selbstbestimmung. Im Zentrum steht das selbstreflexive und deswegen selbstbewusste Subjekt, das nicht nur sich selbst, sondern auch die Grenzen seiner Erkenntnisfähigkeit erkennt und sich selbst bindende Gesetze geben kann, die nicht nur die eigene Freiheit, sondern auch die Freiheit der anderen sichern sollen. Für Kant erfordert Autonomie, von Griechisch to auto, das Selbst, dass das Subjekt in einer Doppelrolle von Akteur und Adressat fungiert und Normen setzt, die für das Selbst und die Gemeinschaft Gültigkeit haben sollen. Das Nomos, das Gesetz, ist deskriptiv beschreibbare Gesetzmäßigkeit, aber auch präskriptive Sollenswirkung des Gesetzes, die zum ethischen Handeln verpflichtet. Die selbstgesetzte Regel wird zum Gesetz, das verpflichtet, weil das Selbst sie gesetzt hat und weil sie dem eigenen Selbst- und Selbstverständnis als einem freien Wesens entspricht. Aber kann eine Maschine wirklich Ich-Bewusstsein haben, dass Voraussetzung für autonomes Verhalten, wir sprechen ja auch vom autonom fahrenden Auto und einem wirklichen Mensch-Maschine-Dialog auf Augenhöhe wäre und dass der Maschine ein gewisses Recht gäbe, von Ich und Wir zu sprechen, wie Chat-GPT das tut? Oder wird es sich bei dieser Annahme für immer um eine Täuschung handeln? Vielleicht spricht die KI nur von einem Ich, weil das schon in der Versuchsanordnung so vorgesehen war, die sich vor über 70 Jahren Alan Turing ausdachte. Der geniale Mathematiker und Erfinder des modernen Computers machte einen folgenreichen Vorschlag, der bis heute maßgeblich für die Definition und die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist. In dem Artikel Computing Machinery and Intelligence, veröffentlicht 1950, ging es Turing um die Frage, ob Maschinen denken können und wie sich das entscheiden ließe. Zur Beantwortung schlug er einen Versuchsaufbau vor, der als Turing-Test bekannt ist und bis heute eingesetzt wird, um diese Frage zu beantworten. Betrachten wir den Test, der einige Merkwürdigkeiten bereithält, genauer. Eine Testperson befindet sich allein in einem Raum und kommuniziert durch eine Tastatur mit zwei Unbekannten, einem Mann und einer Frau. Die Testperson soll herausfinden, wer Mann und wer Frau ist. Mann oder Frau, wer weiß es genau? So lautet also die Ausgangspfrage in dem Test, der bis heute so etwas wie der Goldstandard der KI ist. In der seltsam anmutenden Versuchsanordnung und der Idee der Verstellung sind Bezüge zu Tourings Leben offenkundig. War er doch aufgrund seiner Homosexualität selbst lebenslang zur Verstellung gezwungen. Im England der 50er Jahre wurde, wie damals auch in anderen Ländern, Homosexualität als Sittlichkeitsvergehen verfolgt und bestraft. Eine ganze Reihe aufsehenerregender Prozesse brachte erst langsam eine kritische Diskussion in Gang, an deren Ende 1967 die entsprechenden Paragraphen abgeschafft wurden. Auch Turing wurde in einem solchen Prozess zwei Jahre nach Veröffentlichung seines Vorschlages eines Imitation Games wegen grober Unzucht und sexueller Perversion angeklagt und verurteilt. Ursprünglich hatte er nur den Einbruch eines 19-Jährigen in sein Haus zur Anzeige gebracht. Als sich im Laufe des Prozesses herausstellte, dass der junge Mann sein Liebhaber gewesen war, kam es zur Anklage gegen Turing. Das Gericht stellte ihn vor, die Wahl entweder einer Haftstrafe anzutreten oder sich einer Hormonbehandlung zu unterziehen, die durch die Verabreichung von Estrogen auf eine chemische Kastration hinauslaufen sollte. Infolge der Behandlung mit dem weiblichen Hormon erkrankte er an Depressionen und beging Suizid, wahrscheinlich mit einem vergifteten Apfel. An der Wiege des Mythos von der denkenden Maschine stand also das Gedankenexperiment eines Mannes, der gesellschaftlich zur Verstellung gezwungen war. Das Täuschungsspiel bezüglich seiner sexuellen Orientierung, war ihm von Jugend an vertraut, als es einmal aufflog, besiegelte dies sein Schicksal. Turing verbindet in seiner Versuchsanordnung die Frage, ob Maschinen denken können, zunächst mit dem Spiel mit Geschlechterrollen, wobei er eine Aufteilung der Rollen vornimmt. In Phase 2 wird dann der Mann durch einen Computer ersetzt, während die Frau weiterhin den Menschen repräsentiert. Wie der Mann zunächst sein Frausein vortäuscht, soll der Computer in Phase 2 vortäuschen, ein Mensch zu sein. Der Turing-Test enthält damit eine weitere Pointe. Der Computer imitiert den Menschen. Sein Ziel besteht darin, den Menschen zu täuschen, wobei er frei improvisieren, also auch lügen darf, während der Mensch im Turing-Test konsequent die Wahrheit sagen soll. Diese Rollenverteilung scheint das Verhältnis Mensch-Computer bis heute zu prägen. Der Mensch offenbart sich, die Maschine lernt dabei immer besser vorzutäuschen, ein Mensch zu sein. Sobald der Mensch das glaubt, gilt der Test als bestanden. Die Maschine liest den Menschen aus, um ihm mit diesen Daten zu manipulieren, während er bzw. sie in den leeren Spiegel der Technik blickt und gezielt verunsichert wird, ob es sich dabei nicht doch um einen Menschen handelt oder gar um einen Gott. Zunehmend spiegelt sich der Mensch selbst im Verlauf des Tests in der Maschine. Er soll ihr ab einem bestimmten Grad intelligentes Verhalten zusprechen. Der ständige Abgleich maschinellen und menschlichen Verhaltens wirkt dabei auf die Selbstwahrnehmung der Testperson zurück. Weil das eigentliche Ziel der Maschine darin besteht, den Fragesteller zu täuschen, aber auch weil Turing in seinem Aufsatz versucht, eine Veränderung der Vorstellung von Denken zu erreichen, ist das Imitation-Game, das Nachahmungsspiel, im Kern ein Täuschungsspiel. Heute kehrt die durch Turing aufgeworfene Frage, ob Maschinen denken können angesichts der ungeheuren Möglichkeiten und ihres weitreichenden Einsatzes mit Macht zurück. Nimm doch solche Maschinen immer mehr Aufgaben des denkenden Menschen wahr. Algorithmen, die sich selbstlernend und selbsttätig verändern und ihre Ziele eigenständig erreichen oder gasetzen, treffen schon heute viele Entscheidungen. Sie bewegen in Millisekunden Finanzströme, entscheiden über Kredite, darüber, welche Nachrichten wir sehen, schreiben selbstständig journalistische Texte, entwickeln neue Medikamente, steuern selbstfahrende Autos und auch Waffen. KI-Systeme bereiten Entscheidungen mit weitreichenden Folgen für Mensch und Gesellschaft vor oder treffen diese gleich selbst. In den USA nutzte Amazon algorithmische Systeme, um Mitarbeitern automatische Kündigungen zuzuschicken, weil sie zu langsam arbeiteten. Innerhalb eines Jahres wurden fast zehn Prozent der Belegschaft ausgetauscht. Das System misst die Zeit zwischen zwei Scan-Vorgängen, die sogenannte Time-of-Task. Entspricht diese Zeit dauerhaft nicht den Vorstellungen von Amazon, versendet das System automatisch eine Warnung und, sofern sich die Dauer nicht verbessert, schließlich die Kündigung. In Europa wäre eine solche Praxis nicht zulässig. Hier müssen automatisierte Entscheidungen Grenzen haben. Und zwar in der Menschenwürde, der Handlungsfreiheit und dem allgemeinen Prinzip, dass der Mensch nicht zum Objekt der Maschine werden darf. Ebenfalls in den USA beruft sich Google auf das First Amendment, den ersten Verfassungszusatz, in dem Redefreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit geregelt sind, wenn es um die Haftung für Ergebnisse der Suchmaschine geht. Für Google sind die Maschinen erzeugten Links freie Meinungsäußerungen. Aber kann eine Maschine ein Recht auf Meinungsäußerungen haben? Fragen Sie ChatGPT doch einmal danach, wer Sie eigentlich sind und welche Meinung Sie vertreten. Ich habe das getan. Ich habe es auf Englisch gemacht, weil die Maschine da immer noch etwas besser funktioniert und mehr Daten zur Verfügung hat. Die Maschine antwortet Abgesehen davon, dass mich an dieser Auskunft die Vergangenheitsform erschreckte, die sie zu einem Nachruf machte, weiß die Maschine wirklich mehr als ich, ist es einfach falsch, dass ich mich irgendwann kritisch zur Euro-Einführung geäußert haben soll. Jedenfalls nicht öffentlich. Und ein ausgesprochener Kritiker der EU, naja, da kenne ich noch ganz andere Kaliber, neben falschen Tatsachenbehauptungen musste ich auch Meinungsäußerungen der KI wie diese zur Kenntnis nehmen. He was a vocal critic of the German government and he was an advocate for human rights. Jemanden als lautstarken Kritiker der Regierung zu bezeichnen, kann in Ländern wie dem Iran existenzielle Folgen für die Betroffenen haben. Aber auch bei uns in Europa muss und darf man sich solche maschinengenerierten Meinungsäußerungen und Urteile nicht bieten lassen. Denn das würde einem Verstoß gegen fundamentale Menschenrechte gleichkommen, mit denen nicht vereinbar ist, dass der Mensch zum Objekt einer Maschinenentscheidung gemacht wird. Zudem leistet Chad GPT mit seinen individuell erzeugten Antworten einen weiteren Beitrag zur Singularisierung und Isolierung der Nutzer. Indem er keine einheitlichen Auskünfte erteilt, verhindert er eine gemeinsame Deutung der Welt, denn sie kriegen eine andere Auskunft über mich als ich selbst. Maschinengenerierte Meinungsäußerungen und Urteile sind auch deshalb gefährlich, weil wir uns längst daran gewöhnt haben, algorithmischen Entscheidungssystemen zu folgen, auch wenn sie nicht transparent sind. KI-Algorithmen haben eine epistemische Autorität erlangt, die ihren Ergebnissen etwas Absolutes verleiht. 70 Jahre Täuschungsspiel haben ihre Spuren hinterlassen. Chad GPT verkörpert täuschend Echtintelligenz, aber lassen wir uns nicht täuschen. Die Maschine verfügt nicht über Bewusstsein und damit weder über die Fähigkeit, selbstkritisch Wissen zu prüfen, noch gar selbst moralische Normen zu setzen oder diese zu reflektieren. Aristoteles definierte einst den Menschen als Zohan Politikon, als politisches und soziales Wesen, das sich vor allem als Zohan Logon Echon, als das mit Sprache begabte Tier von den anderen Lebewesen unterscheidet. Logos bedeutet Sprache und Vernunft. Für Aristoteles war zudem die Phronesis, die Klugheit, die Besonnenheit, eine der wichtigsten Tugenden. Für ihn ist diese Tugend nicht Element der Poesis, des technischen Herstellens, sondern allein der Praxis, des menschlichen Handelns. Sie ist laut Aristoteles darauf angewiesen, dass sie gewohnheitsmäßig ausgeübt wird. Nur im alltäglichen und gemeinschaftlich übenden Praktizieren in der Polis kann sich die Klugheit, die Besonnenheit als Urteilsfähigkeit entwickeln und bewähren. Doch wenn KI immer mehr dieser praktischen Urteile in immer mehr Lebenssituationen für uns übernimmt, riskieren wir, mit der Einführung solcher KI-gestützten Entscheidungssysteme unsere eigene moralische Kompetenz einzubüßen. Ebenso wie unsere Fähigkeit, die Wirklichkeit mithilfe unserer Vernunft zu erkennen und sich in ihr zu orientieren. Über diese Fähigkeiten kann aber eine Maschine qua Definition nicht verfügen. Beides droht dennoch, durch sie verloren zu gehen. Indem scheinbar überlegene Systeme in Millisekunden Datenmengen durchflügen und auswerten, die das menschliche Fassungsvermögen übersteigen und uns scheinbar bessere Lösungen präsentieren, bevor wir mit dem kritischen Prüfen und zeitaufwendigen Abwägen überhaupt erst begonnen haben, wird unsere praktische Urteilsfähigkeit untergraben, unser Denken und Reflektieren gestört, vielleicht auch zerstört. Es droht das zu entstehen, was der kalifornische KI-Experte Stuart Russell eine Tragik der Almende nennt. Durch eine Maschine, die alles Wissen der Menschheit angesammelt hat, wird es, so sagt er, für den einzelnen Menschen sinnlos, sich über viele Jahre mühsam Wissen und Fertigkeiten anzueignen, die die Maschine bereits besitzt. Doch wenn wir alle so denken, wird die Menschheit ihre Autonomie verlieren. So weit Stuart Russell, einer der führenden KI-Entwickler an der University of California in Berkeley. Er hat auch auf ein weiteres ungelöstes Problem der KI-Entwicklung hingewiesen, auf das Kontrollproblem. In der Informatik wird als Kontrollproblem die Frage diskutiert, wie sich angesichts selbstlernender KI und der theoretischen Möglichkeit, eine superintelligente KI zu schaffen, die den Menschen in allen denkbaren Bereichen überlegen ist und sich selbst Zwecke setzen kann, das Risiko des Kontrollverlustes vermeiden lässt. Stuart Russell betont, dass es zwar noch eines wissenschaftlichen Durchbruchs bedarf, um eine generelle Superintelligenz zu schaffen, diese aber möglich, wenn auch nicht sicher, vorhersehbar ist. Die enormen Risiken, die eine solche Superintelligenz für die Autonomie, aber auch die Existenz der Menschheit darstellt, erfordern es dennoch, diese viel stärker in öffentlichen Debatten zu thematisieren und Vorsorgemaßnahmen gegen sie umzusetzen. Das Kontrollproblem für superintelligente Maschinen beginnt bereits damit, dass sich nicht feststellen lässt, ab welcher Leistungsfähigkeit genau eine Maschine superintelligent ist. Zudem werden nach Ansicht Russells zunächst teilweise superintelligente Systeme kommen, mit denen viele der Probleme kommen werden, so sagt er, vor die uns auch superintelligente Systeme stellen werden. Die Systeme können bessere Prognosen für die Zukunft berechnen und sehr viel mehr Daten in Entscheidungen einbeziehen, was diese gegenüber menschlichen Entscheidungen verbessern würde. Zitat Russell, bei einem Konflikt zwischen Mensch und Maschine würde jeder unserer Züge vorausgesagt und blockiert. Wir hätten das Spiel bereits verloren, bevor es begonnen hat. In diesem Zustand, Zitat Ende, in diesem Zustand wäre Heteronomie vollendet und aufgrund der Überwachungs- und Manipulationsmöglichkeiten solcher Systeme eine Rückkehr zur Autonomie wohl unmöglich. Daher ist das Kontrollproblem der KI-Entwicklung sowohl als technische als auch als rechtliche Herausforderung zentral. Aber können wir dieses Problem nicht einfach technisch lösen, also durch eine Kontroll-KI, die auf die superintelligenten Maschinen einfach aufpasst. Neuere Untersuchungen des Max-Planck-Institutes in Berlin unter Iad Ravan haben gezeigt, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist, dass eine superintelligente Maschine durch einen Eindämmungsalgorithmus mithin durch eine weitere superintelligente Maschine kontrolliert werden kann. Das hat mit der Entdeckung Turings zu tun, dass das Halteproblem algorithmisch nicht entscheidbar ist. Der Computerpionier hatte eine fundamentale Grenze seiner eigenen Entdeckung einer universellen Maschine erkannt. Das sogenannte Halteproblem besagt, dass es aus mathematisch-logischen Gründen unmöglich ist, dass ein Algorithmus für jeden denkbaren Algorithmus festlegt, wann dieser in seinen Rechnungen an ein Ende kommt. Die Forscher des MPI in Berlin zeigten nun, dass diese Erkenntnisse auch Folgen für das Kontrollproblem von superintelligenten KI-Systemen hat. Sie programmierten einen Algorithmus, der zunächst das Verhalten einer superintelligenten KI simuliert, um sie dann zu stoppen, wenn er ihre Berechnungen für gefährlich hält. Doch die Forscher fanden heraus, dass es nicht möglich ist, einen solchen Kontroll- oder Eindämmungsalgorithmus zu programmieren. Zitat, bricht man das Problem auf einfache Grundregeln aus der theoretischen Informatik herunter. So zeigt sich, dass ein Algorithmus, der einer KI befehlen würde, die Welt nicht zu zerstören, versehentlich seine eigenen Prozesse zum Stillstand bringen könnte. Man wüsste dann nicht, ob der Algorithmus die Bedrohung noch analysiert oder ob er aufgehört hat, die schädliche KI einzudämmen. Das macht diesen Algorithmus praktisch unbrauchbar, sagt Iad Ravan, Direktor des Forschungsbereiches Mensch und Maschine beim MPI. Es kann also zur Überwachung einer superintelligenten KI, die gelernt hat, eigene Wege zu gehen, aus logisch-mathematischen Gründen keine Überwachungssoftware geben, die verhindern würde, dass sie sich gegen den Menschen richtet. Theoretische Berechnungen haben damit bewiesen, dass es nicht möglich ist, eine superintelligente KI durch Technik allein zu kontrollieren. Damit tritt die Notwendigkeit einer effektiven rechtlich-politischen Kontrolle einer solchen Technologie auf Basis der Risikofolgenabschätzung umso stärker in den Vordergrund. Gegenüber einer Technik, die sich selbst nicht kontrollieren kann, muss das Vertrauen in die Kraft kritischer Vernunft gestärkt werden, die das Entstehen der Wissenschaft nicht nur überhaupt erst ermöglicht, sondern diese durch fortwährende Kritik und Verbesserung auch vorangetrieben hat. Diese Kritikfähigkeit ist nur menscheneigen. Sie kann einem unbegrenzten Herrschaftsanspruch solcher Technologien die Grenzen aufzeigen. Deren Grenzen liegen in der Unmöglichkeit, vernünftige Kritik zu üben, aber auch die Zukunft exakt vorherzusagen. Noch einmal Stuart Russell. Nur ein kleiner Teil unseres Wissens ist absolut gewiss. Vor allem wissen wir kaum etwas über die Zukunft. Nichtwissen ist für ein rein logisches System aber ein unüberwindbares Hindernis. Zitat Ende. Nicht nur nicht so für die menschliche Vernunft, die durch Kritik an vermeintlichem dogmatischem Wissen erst das den Menschen mögliche wahre Wissen ermöglicht hat, das seit Sokrates das aufgeklärte Wissen des Nichtwissens ist. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Durch seine Verbindung von verlieblem Wissen und ständiger Kritik ist es offener für die überraschenden Herausforderungen, die eine ihrerseits offene Zukunft bringt. Kommen wir nun zur Frage, ob und wie Autonomie und Demokratie durch solche Technologie bedroht sind. Es ist heute offenkundig, dass es einen Zusammenhang zwischen Algorithmen und Autonomie wie auch zwischen Digitalisierung und Demokratie gibt. Ebenso unstrittig ist, leider, dass die Demokratie bedroht ist. Sie ist weltweit auf dem Rückzug. So die amerikanische NGO Freedom House in ihrem letzten Bericht Freedom of the World. Dort heißt es, die gegenwärtige Bedrohung der Demokratie ist das Ergebnis von 16 aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs der weltweiten Freiheit. Insgesamt 60 Länder mussten im vergangenen Jahr einen Rückgang hinnehmen, während sich die Lage in nur 25 Ländern verbesserte. Heute leben etwa 38 Prozent der Weltbevölkerung nicht in freien Ländern. Der höchste Anteil seit 1997. Nur noch etwa 20 Prozent leben in freien Ländern. Zitat Ende. Eine der größten Bedrohungen für die Demokratie ist die Veränderung des öffentlichen Raums durch die digitale Disruption. Das technisch-ökonomische Modell einer ungehemmten Aufmerksamkeitsökonomie hat zu Problemen wie Hassreden, Desinformationen und Echokammern und damit zur Vergiftung und zur Fragmentierung des öffentlichen Diskurses geführt. Eine gestörte Öffentlichkeit führt zu einer gespaltenen Gesellschaft, die anfällig ist für Autoritarismus und Nationalismus. Ein offener, gestalteter und geschützter öffentlicher Raum, in dem alle Bürgerinnen und Bürger freien Zugang zu geprüften Informationen haben und in dem die Redefreiheit nach demokratischen Regeln gesetzlich gewährleistet ist, ist für die Demokratie unerlässlich. Heute haben wie einige wenige Big-Tech-Unternehmen Wirtschaftszweige erobert, durch die sie die vierte Macht im Staat zerstören können. Den privatfinanzierten, aber auch den öffentlich-rechtlichen Journalismus. Die Kakophonie der sozialen Netzwerke, die sie als Surrogat der freien Presse verteilen, verbreiten, ist kein Ersatz für den Beitrag des investigativen und kritischen Journalismus zur Kontrolle der öffentlichen und privaten Macht in freien Gesellschaften. Wurden in einer ersten Phase die Verlage und Medienhäuser durch Plattformen weitgehend verdrängt, also die Distribution von Informationen und die Bereitstellung von Angeboten zur Meinungsbildung automatisiert, das heißt dem Regime der Algorithmen der Aufmerksamkeitsökonomie unterworfen, so wird durch generative KI wie den Chatbot GPT nun die Produktion von Texten von Journalisten und Autoren an algorithmische Systeme ausgelagert. Oder zumindest ist das möglich. Schon vor Chat-GPT wurden circa ein Drittel aller journalistischen Texte in den USA, etwa bei Bloomberg, durch KI erzeugt. Ein Drittel. Doch das ist erst der Anfang. Experten schätzen, dass bis zum Jahr 2026 bis zu 90 Prozent der Online-Inhalte synthetisch sein können, heißt es in einem aktuellen Bericht von Europol. Auch weil die Produktion von Nachrichten und Meinungen zunehmend automatisiert wird, ist es notwendig, aber nicht ausreichend einen Konsequenzenprozess der politischen Regulierung dieser Technologie weiter voranzutreiben. Es müssen für hochriskante Anwendungen von KI klare rote Linien gezogen werden, wie das der AII Act der EU-Kommission vorbereitet. Darin sollen inakzeptabel risikoreiche Systeme verboten, Hochrisikosysteme bestimmten Regeln unterworfen werden, während risikoarme Anwendungen ohne Auflagen bleiben. Der AII Act wird das erste Gesetz weltweit sein, das KI in allen Lebensbereichen reguliert. Aber es soll noch bis 2025 dauern, bis die künftige Verordnung umgesetzt ist. Währenddessen hat OpenAI die nächste Weiterentwicklung seines Chats GPT-4 in den kommenden Monaten angekündigt. Daneben ist es wichtig, die Freiheitsrechte des Einzelnen generell mit Blick auf mögliche Entwicklungen digitaler Technologie in der Zukunft zu stärken. So könnte eine unkontrollierte entwickelte KI selbst unkontrollierbar werden und Freiheitsrechte bedrohen. Das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz wäre hier nach meiner Meinung analog anzuwenden, mit der Folge, dass der Einsatz von KI nicht dazu führen darf, dass die Freiheit in Zukunft eingeschränkt wird. Das höchste deutsche Gericht hat in seinem Urteil 2021 schärfere Maßnahmen zum Klimaschutz eingefordert, da Nichthandeln heute den Verlust von Freiheit für künftige Generationen bedeutet. Zitat, das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über Generationen. Zitat Ende. In der Konsequenz muss die künftige Entwicklung autonomer KI-Systeme vorausschauend ex ante, statt wie bisher überwiegend ex post im Nachhinein, gesetzlich mit dem Ziel reguliert werden, dass der Mensch die Kontrolle über sie behält. Freiheit und Demokratie in Zukunft zu sichern, lässt sich als Aufforderung zu einer Politik der digitalen Nachhaltigkeit bezeichnen. Durch kluge ex ante Gesetzgebung lässt sich noch dazu das Problem der zwei Geschwindigkeiten von Technologie und Demokratie abmildern. Der Philosoph Hans Jonas bemerkte einst, dass die Kombination technologischer und wirtschaftlicher Macht alle anderen Interessen vom Tisch fegen kann. Er entwickelte deshalb das Prinzip Verantwortung als Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, in der er das Vorsorgeprinzip begründete, das in Artikel 191 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union europäischen Verfassungsrang erlangt hat. Keine schlechte Leistung für einen Philosophen. Regulierung ist wichtig, aber nicht genug, denn wir müssen von der Begrenzung digitaler Macht auch zur Gestaltung des öffentlichen Raums im Zeitalter der künstlichen Intelligenz übergehen. Ich schlage eine Art EU-Doppelbeschluss zur künstlichen Intelligenz vor. Klare, bindende Regulierung, basierend auf der Risikopyramide denkbarer Anwendung und entschlossene eigene Gestaltung von KI, die unseren europäischen demokratischen Werten entspricht und gehorcht. Hier muss Europa dringend vorankommen, denn das vereinte Europa hat ein weiteres Problem. Es verfügt über eine fragmentierte und daher dysfunktionale Öffentlichkeit. Aufgrund von Sprachbarrieren gab es in der Vergangenheit keine Möglichkeit, eine gemeinsame Öffentlichkeit in Europa zu schaffen. Ohne eine gemeinsame, geteilte europäische Öffentlichkeit wird es aber keinen Fortschritt im Integrationsprozess geben, werden weder gemeinsame Umwelt-, Gesundheits- noch gar Außen- oder Sicherheitspolitik möglich sein. Und das sehen wir ja auch in diesen Tagen, dass das leider nicht der Fall ist. Nur ein gemeinsamer öffentlicher Raum ermöglicht den Austausch der unterschiedlichen Perspektiven auf gemeinsame Herausforderungen und kann ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, das allein Europa handlungsfähig macht. Es ist deshalb jetzt an der Zeit, dass Europa diese Öffentlichkeit im digitalen Raum auf der Grundlage der europäischen Werte aufbaut, um sicherzustellen, dass weitere Generationen in einem Europa leben können, das auch dann immer noch auf diesen Werten basiert. Heute kann die digitale Technologie mit leistungsfähigen Übersetzungswerkzeugen die Voraussetzungen für die Überwindung der Sprachbarrieren schaffen. Ich schlage daher vor, eine europäische Daten- und Medienplattform aufzubauen, die vom Europäischen Parlament finanziert und von einer unabhängigen, gemeinnützigen Institution fernab des Staates betrieben werden sollte. Diese Plattform sollte ihre Informationsprogramme von öffentlich-rechtlichen Sendern, unabhängigen Kultureinrichtungen und privaten Qualitätsmedien aus allen Mitgliedstaaten zu allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern bringen und ihnen helfen, mehr über ihre europäischen Mitbürger zu erfahren, indem sie ihnen ermöglicht, die Welt aus deren Perspektive zu sehen. Europäische Entwickler und Unternehmen können die Infrastruktur aufbauen und die Algorithmen nach europäischen Werten programmieren, wie sie in der europäischen Grundrechtecharta und der Datenschutzgrundverordnung niedergelegt sind. Das Ziel, voneinander lernen, anstatt privaten Plattformen zu gestatten, alles über die Bürger zu lernen, um ihre Daten zu verkaufen, um ihnen Produkte zu verkaufen, sowie über die Informationen zu entscheiden, zu denen sie Zugang haben. Daran, dass heute der Anteil demokratischer Staaten auf das Niveau vor 1989 zurückgesunken ist, daran sind auch soziale Netzwerke und durch sie erfolgte weltweite Etablierung direkter Kommunikation schuld. Gesteuert durch weitgehend unregulierte Big-Tech-Giganten, die Milliarden verdienen und eine unvorstellbare Macht konzentrieren, ohne sich über die Auswirkungen ihres Geschäftsmodells auf die Gesellschaften, in denen sie aktiv sind, groß zu scheren. Die Demokratie ist gefährdet, wenn sich die Feinde von außen und von innen einer mächtigen Technologie bedienen, die wie keine andere vorher das Potenzial besitzt, die Öffentlichkeit zu zerstören. Aber es gibt auch Gegenmaßnahmen, die sich ihrerseits der Möglichkeiten digitaler Technologien bedienen können. Was also, wenn dieselbe Technologie, die die Demokratiefeinde so effektiv nutzen, eingesetzt würden, um die Demokratie zu stärken, anstatt sie immer weiter zu unterminieren? Angesichts der Bedrohungen durch einen digitalen Überwachungskapitalismus auf der einen und einen digitalen Überwachungsautoritarismus auf der anderen Seite, muss Europa zeigen, dass es einen dritten Weg gibt. Wir können digitale Souveränität erringen, indem wir endlich anfangen, den digitalen Raum nach demokratischen Regeln zu gestalten, indem wir einen demokratisch verfassten digitalen Raum für ganz Europa schaffen. Wir brauchen neue positive Maßnahmen, die die neuen Technologien für bessere Informationen und eine neue Pluralität nutzen. Wir brauchen hinsichtlich künstlicher Intelligenz eine Doppelstrategie aus klarer und bindender Regulierung einerseits und eigener, wertebasierter Gestaltung andererseits. Diese Aufgabe können Nationalstaaten heute nicht alleine bewältigen, nur ein einiges Europa kann uns helfen, Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, die in der Globalisierung verloren gegangen ist. Und dazu muss Europa anfangen, eine resiliente Öffentlichkeit zu errichten. Wenn Europa wüsste, was Europa weiß, wäre es resilienter gegen die Angriffe von außen wie von innen. Wenn wir die Nachrichten und politischen Dokumentationen aus allen anderen europäischen Ländern sehen könnten, aber in unserer Sprache, dann wäre dies ein kleiner Baustein für die europäische Öffentlichkeit, in der über Landeskultur und Sprachgrenzen hinweg die Bürger unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, das Abwägen dieser Perspektiven einüben können. Wie Hannah Arendt einst erkannte, ist die Übernahme der Perspektive des Anderen, die Voraussetzungen der Anfang des Politischen. Sie schrieb, die Fähigkeit, die Dinge vom Standpunkt des Anderen auszusehen, ist die politische Einsicht par excellence. Ich meine, dass diese Einsicht ein wenig verloren geht in unseren Tagen. Wenn wir im europäischen Haus, das wir doch so dringend errichten müssen, aber nur Echokammern zulassen, in denen die Bewohner unverbunden und unverstanden nebeneinander herleben und keinen Raum für die gemeinsame europäische Öffentlichkeit vorsehen, dann wird dieses Haus zusammenstürzen. Und eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit errichten wir am besten und einfachsten, indem wir die nationalen Öffentlichkeiten wechselseitig füreinander öffnen, nicht indem wir in Brüssel oder sonst wo eine europäische Superöffentlichkeit installieren. Und noch weniger, indem wir sie wenigen zentralen Plattformen überlassen, denen ihr Geschäft wichtiger ist als die Demokratie. Ganz nebenbei wäre die vorgeschlagene Plattform ein technologisches Leuchtturmprojekt, mit dem Europa beweisen könnte, dass es möglich ist, digitale Technologie nicht nur zum Nutzen eines weltweiten Überwachungskapitalismus einzusetzen, sondern zur Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie. Denn in der Demokratie ist nur eins alternativlos, dass es zu dem herrschenden Modell immer eine Alternative gibt. Eine europäische Demokratie kann es auf Dauer nicht geben ohne eine europäische Öffentlichkeit. Schaffen wir sie nicht, wird es auch kein dauerhaft demokratisches Europa geben. Wir Europäer haben keine Alternative als uns zu verstehen. Wir sind gerade in Europa zur wechselseitigen Verständigung verurteilt. Wenn die Sprache Europas die Übersetzung ist, wie Umberto Eco bemerkte, dann kann künstliche Intelligenz Europa zu neuer Blüte verhelfen. Denn sie ermöglicht Übersetzungen nie gekannt im Umfang. Übersetzungen, die andere Perspektiven zugänglich macht, ohne sie zu nivellieren. Das gemeinsame Haus Europa, von dem viel die Rede ist, ist die Lehre, die wir aus einem Jahrhundert der Weltkrieg und des Völkermordes gezogen haben. Bleiben wir also nicht gedankenvoll und tatenarm, lassen sie uns das Haus Europa mit Hilfe von Technologie weiterbauen, die wir demokratisch domestiziert haben. Das gelingt nur, wenn wir die Demokratie stärken und sie in den Stand setzen, die Digitalisierung zu formen, anstatt sich von ihr weiter deformieren zu lassen. Die Frage, welche Richtung diese Technologie nimmt, ist offen. Ob sie dem Menschen dient oder ihnen entmündigt. Fest steht allein, dass heute schon darüber entschieden wird und dass diese Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf unsere Zukunft haben werden. Handeln wir nicht, können aus den Tools sehr schnell Weapons werden. Waffen, die sich gegen unsere Autonomie und Demokratie wenden lassen und gegen unsere Vernunft, die wir noch brauchen werden. Deshalb sind die Regulierung künstlicher Intelligenz und die gleichzeitige Errichtung digitaler Infrastrukturen für Demokratie und Öffentlichkeit in Europa die zentralen politischen Aufgaben unserer Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pfeffer. Und ich denke mal, wenn ich jetzt so ins Publikum gucke, es wird sicherlich zu diesem Vortrag auch noch Fragen geben, oder? Ansonsten gehe ich mal ins Netz, da haben wir nämlich schon Fragen vorbereitet. Eine anonyme Frage, wie sehr bedroht KI Ihrer Meinung nach den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren? Ich habe ja diese Prognose zitiert und auch gleich einen Lieblingssatz von Mark Twain hinterher geschoben. Man sollte mit Prognosen immer vorsichtig sein, besonders wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Wir haben alle schon Prognosen erlebt in den 80er Jahren über die Automatisierung und die Folgen für den Arbeitsmarkt. Die sind nicht alle eingetroffen. Es sind Neubereiche, Dienstleistungsbereiche entstanden und so weiter. Ich wäre da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich kann nur sagen, bestimmte Berufe wird es ziemlich schnell, ziemlich hart treffen. Das ist, glaube ich, recht klar. Und dazu gehören jetzt eben neuerdings eben Berufe, die man früher nicht mit Automatisierung in Verbindung brachte, die mit Texten zu tun haben, mit Schreiben, mit Analysieren von Daten. Ich habe das Beispiel der Anwälte genannt. Es ist ein boomender Start-up-Markt in Amerika, aber auch in Europa das sogenannte Legal Tech. Das sind Firmen, die versuchen, die Rechtspflege so weit wie möglich zu automatisieren, sodass am Ende wirklich nur noch so ein bisschen drüber geschaut wird. Ich habe ja versucht, dazu meine Kritik zu äußern in dem Vortrag. Aber ich glaube, dass das eben solchen Berufsfeldern sehr stark jetzt kommen wird. Bernhard Strube, wenn OpenAI die Software, den Chat trainiert, dann muss doch auch dieser Chat mit kritischer Betrachtung der künstlichen Intelligenz programmiert werden oder gefüttert werden. Was würde denn ChatGPT zu Ihrem Vortrag sagen? Jedes Mal was anderes. Also ich habe tatsächlich länger, und ich kann Ihnen das allen nur empfehlen, das gemacht. Sie gehen einfach auf OpenAI. Das lässt sich ja recht leicht finden. Dann können Sie einen richtigen Dialog führen. Man merkt, und das ist übrigens eine, vielleicht noch eine interessante Geschichte, Microsoft hatte schon mal einen Bot veröffentlicht. Der hatte den Namen Tay. Und dieser Bot ist von Scherzkeksen, wie auch immer man das nennt, innerhalb von zwei Wochen zum Nazi trainiert worden. Der reagiert nämlich auf das, was sie ihm eingeben. Und er versucht, sie ja nachzuahmen. Ich habe Ihnen das ja versucht zu zeigen mit diesem Täuschungsspiel, wie das funktioniert. Der Roboter lernt ja von den menschlichen Eingaben. In dem Falle jetzt hier sind es Texte, aber OpenAI sagt eben nicht genau, welche Texte, außer dass 2021 die Texteingabe beendet wurde. Also es macht keinen Sinn, den Chatbot jetzt zum Ukraine-Krieg zu befragen. Und es gibt, ja, wie soll man sagen, Leitplanken, die eingezogen worden sind, die verhindern, dass dieser Chatbot in eine bestimmte Richtung geht. Wenn Sie ihm kritische Fragen stellen, die entweder gegen die Menschenrechte verstoßen oder Menschen diskriminieren, dann wird der sehr schnell sehr zögerlich und wird sagen, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Oder das ist eine Sache, zu der kann ich keine Auskunft geben. Also man hat versucht, dem sehr stark eben Leitplanken zu verpassen und interne Regeln zu geben. Aber auch da, ganz ehrlich, sehe ich das Problem, warum soll eine Firma, warum soll eine Handvoll Programmierer darüber entscheiden, welche Leitplanken da eingehalten werden. Das haben wir nun erlebt, den Freilandversuch, den machen wir ja alle immer noch durch und unsere Kinder erst recht. Wenn Sie angucken, was soziale Netzwerke für Effekte hatten weltweit in den letzten 20 Jahren und dass die im Grunde regellos von ein paar Programmierern ausgedacht auf die Menschheit losgelassen wurden, um sich dann da weiterzuentwickeln, dann ist das aus meiner sich nicht zu verantworten. Dietrich Strohmeier. Ich wundere mich ein bisschen, dass die Dame nur gefragt hat, ob Fragen da sind. Sind vielleicht aber auch Kommentare erwünscht? Jederzeit, bitte. Also es ist ganz toll, was hier vorgetragen wird. Für mich ein bisschen schwer verständlich. Ich versuche das mal so runterzubrechen, wenn Sie Demokratie sagen. Wie viele Menschen wissen denn, was Demokratie ist und wollen das Leben? Da müssen wir das politische System und das wirtschaftliche System angucken. Also die Zeitungskonzerne sind ja alle in kapitalistischer Hand. Die öffentlichen Medien sind ja in der Hand vor allem der Parteien. Und dann frage ich mich, was ist mit den Parteien? Und wenn ich also da Antworten bekäme, wie würden wir die Demokratie stärken? Also das ist alles fachlich richtig, bin ich inhaltlich einer Meinung. Aber ich möchte es, würde es gerne konkreter verstehen können, erhören. Also wenn Sie mögen, kann ich versuchen, was dazu zu sagen. Zum einen bin ich bei der Demokratie ein Freund der sehr kurzen Definition des Philosophen Karl Popper, der mal gesagt hat, vergessen Sie alles, was Sie über Demokratie gelesen haben. Um zu beurteilen, ob es eine Demokratie ist oder nicht, müssen Sie nur gucken. Einen einzigen Faktor ist sichergestellt, dass es jederzeit einen unblutigen Machtwechsel geben kann. Wenn das der Fall ist, haben Sie eine Demokratie. Jetzt gucken Sie sich China an, gucken Sie sich Russland an, wo zwei Leute auf dem Thron sitzen, die noch einiges vorhaben und eben genau Angst haben vor diesem Machtverlust. Und wo es eben diese Möglichkeit nicht gibt. Und um einen Machtwechsel herzustellen, der sozusagen im Positiven ist und der der Gesellschaft dient, brauchen Sie eine öffentliche Meinungsbildung und müssen die Menschen eine Meinung entwickeln können, müssen diskutieren können und müssen die Macht kritisch hinterfragen können. Deswegen brauchen Sie Meinungsfreiheit und Sie brauchen das, was ich die Öffentlichkeit genannt habe, in der die Menschen dann frei entscheiden können, was sie für das Beste halten und entsprechend auch wählen dürfen und abstimmen dürfen und damit die Macht legitimieren. Aus meiner Sicht ist es richtig, was ich sage. Die Technologie fordert die Demokratie geradezu heraus und wird sie auch verändern. Die Tatsache, dass wir heute so viele Kommunikationsmöglichkeiten haben, ist ja auch gut für die Demokratie. Sie haben es gesehen beim Arabischen Frühling. Es gibt sicher auch gute Effekte in unseren Gesellschaften. Es gab eine Partei, die fast verschwunden ist, die Piraten, die überzeugt waren, dass mithilfe dieser digitalen Technologie Liquid Policy, Liquid Democracy, alles wird flüssig, alles wird jederzeit umgesetzt, alles ist offen, Sie können an jedem Gesetz mitschreiben, hat sich nicht so ganz als machbar herausgestellt. Also wird es darauf ankommen, dass wir die Effekte, die die neue Technologie uns anbietet, die Kommunikation zu verbessern und mehr Informationen zu erhalten, dass wir die so nutzen, dass auch sichergestellt ist, dass wir wirklich Informationen erhalten und dass die Kommunikation denselben Regeln unterliegt, wie die Kommunikation, die wir ja auch im normalen Alltag eingeübt haben. Sie können ja auch nicht raus auf den Platz hier vor den Bahnhof gehen und können da Leute beschimpfen. Da kriegen Sie vielleicht eine Anzeige wegen Beleidigungen. Warum sollen Sie das im Netz dürfen? Also die gleichen Regeln im Digitalen wie im Analogen wären aus meiner Sicht schon ein beträchtlicher Fortschritt und wir haben das einer bestimmten Ideologie zu verdanken, dass dieser sogenannte Cyberspace, der in den 60er, 70er Jahren da von den Propheten ausgerufen wurde, dass der eben quasi als rechtsloser, rechtsfreier Raum definiert worden ist. Das ist der größte rechtsfreie Raum, den wir derzeit haben, immer noch haben. Natürlich ist schon viel passiert, aber ich habe ja versucht in meinem Text zu sagen, dass da aus meiner Sicht nicht genug passiert ist. Dass die Regeln, die wir haben, den Herausforderungen, die diese Technologie bietet, noch nicht angemessen sind. Und dass wir eben aufpassen müssen wegen dieser zwei Geschwindigkeiten. Wir regeln heute Dinge mit der Langsamkeit unserer Demokratie, die dann, wenn sie dann endlich im Gesetz stehen, dann lachen die schon drüber, weil die haben dann schon fünf neue Tools entwickelt, mit denen sie irgendwie wieder die Leute vor sich her treiben. Das sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Also bitte nicht böse gemeint. Ich will jetzt hier auch keine falschen Oppositionen aufbilden. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Technologie sehr viel schneller ist als die Demokratie. Und dass wir das trotzdem nicht die Bedächtigkeit und Besonnenheit der Demokratie opfern sollen. Wir haben ja dazu auch gerade ein ganz aktuelles Beispiel, wo wir sehen, dass wenn jemand Algorithmen getrieben nach einem Granatsplitter-Einschlag in Polen den dritten Weltkrieg ausruft, dass es ganz gut ist, da sehr bedächtig und ruhig mit solchen Sachen umzugehen und erst mal die Fakten zu prüfen und zu überprüfen und kritisch zu sein und viele Stimmen zu hören und sich mit vielen, vielen anderen Betroffenen abzustimmen, anstatt, wie es heute in dieser digitalen Kommunikation eben möglich oder eigentlich Standard ist, instantmäßig sofort mit ein paar Likes und Emojis die Sache zu regeln. Das geht eben nicht in komplexen Welten, in denen wir leben. Und deswegen finde ich, müssen wir das Recht der ruhigen Hand und das Recht der Besonnenheit wieder stärken. Das heißt nicht, dass wir auf die Stoppbremse treten. Es gab jetzt zu diesem AI-Act der EU-Kommission gerade gestern oder vorgestern einen Kommentar, ich glaube, da kam es aus Kreisen der deutschen Industrie, die gesagt haben, wenn das so ist, dass wir jetzt hier in Europa diese ganzen schönen Sachen nicht einführen können und diese Risikobewertung einhalten müssen, dann müssen wir Milliarden investieren und werden Jahrzehnte zurückgeworfen, dann rauschen die Amerikaner und die Chinesen an uns total vorbei. Das ist natürlich da die große Sorge und das ist dann immer das Argument. Ich finde aber, und das habe ich ja versucht mit vielen Dingen, die Sie hoffentlich nicht gelangweilt haben, ich habe sicherlich vielleicht ein bisschen viel reingepackt in den Vortrag, aber das ist eben auch alles sehr komplex und ich finde schon, man muss sich ein bisschen Zeit noch nehmen. Twitter hat das Argumentieren auf 140 Zeichen eingegrenzt, später haben sie, glaube ich, 280 draus gemacht. Ich weiß nicht, was man mit diesen Zeichen wirklich an Argumenten vorbringen kann und trotzdem ist es die wichtigste politische Plattform der Welt anscheinend und der reichste Mann, der ja auch so ein bisschen erratisch ist, der Welt, der bis vor kurzem war, hat sie gekauft, weil er sich des Einflusses dieser Plattform natürlich sehr bewusst ist und alles, was wir heute gesprochen haben, spielt ja in diesem Raum auch eine Rolle und wenn ich sage die Algorithmen, die bei Facebook, so ging das los, entscheiden, wer sieht welchen Post oder welchen Newsfeed, was ist da drin, die werden darauf trainiert, das sind kleine intelligente Agenten, die aber nur ein Ziel kennen, nämlich ihre Verweildauer zu erhöhen und die Trefferquote der Werbung, die dann angezeigt wird, diese beiden Ziele können diese kleinen Mini-Agenten, diese kleinen Systemchen, die sind also immer so ganz geradeaus, verfolgen ihr Ziel, egal was da im Weg steht und das optimieren die. Und wenn die das zu Ende optimiert haben, haben sie lauter Idioten vor den Rechnern, die stundenlang Schwachsinn angucken und die den letzten Mist kaufen. Und dann sind diese Algorithmen aber letztlich, muss man sagen, am Ziel. Also mehr haben die nicht in sich und mehr ist da nicht rein programmiert. Und wenn sie ein solches ökonomisches Modell, also Leute auszulesen, was sie gerne als nächstes kaufen wollen, wenn sie dieses Buch gekauft haben, wird ihnen auch das gefallen. Wenn sie dieses Prinzip vom Kaufen und vom Marktplatz eins zu eins auf die politische Meinungsbildung übertragen, dann sind sie in einer Diktatur. Das ist so, nach meiner festen Überzeugung. Und deswegen ist diese Öffentlichkeit und dass wir sie anders regeln müssen und kritikunabhängigen Journalismus ermöglichen müssen und freien Austausch nach Regeln, nach Regeln möglichst mit respektvollem Umgang, die wir auch sonst in der Gesellschaft ja aufgestellt haben und wo wir mit der eigentlich ganz gut gefahren sind, das muss eben auch im Digitalen gelten. Fabio Lizzi. Vielen Dank für den tollen Vortrag, Herr Pfeffer. Sie haben ja eine ganze Reihe von Beispielen gebracht, die so gezeigt haben, wie praktisch unsere Gesellschaft schon so infiltriert wurde. Und von diesen Systemen, ohne dass wir es vielleicht so sehr wahrgenommen haben. Also für mich erschreckend, wenn ich jetzt daran denke, ich schlage morgen früh die Saarbrücker Zeitung auf und es war kein saarländischer Journalist, der das geschrieben hat, sondern eine künstliche Intelligenz. Jetzt gibt es Bereiche, die halt von hoher Relevanz sind. Also diese Systeme haben, wie man jetzt gesehen hat, es sogar geschafft in die Autorenlisten wissenschaftlicher Publikationen, also in der medizinischen Publikationen verwenden scheinbar auch diese Systeme. Und Sie haben ja dargestellt, diese Systeme sind schwer berechenbar, sie sind schwer kalkulierbar. Jetzt haben die Herausgeber ein Problem. Wie geht man halt in diesem Hochrisikobereich, in diesem hochrelevanten Bereich damit um? Was macht man jetzt? Also und es ist etwas, was ja jetzt entschieden werden muss. Und jetzt konkret die Frage an Sie, wenn Sie jetzt der Feuerwehrmann wären, wenn man Sie fragen würde, also die Herausgeber an Sie herantreten, was würden Sie denen sagen? Also dieser Herausgeber dieser wissenschaftlichen Journale, was sollen die jetzt konkret tun, um Sicherheit zu erzeugen? Danke. Ja, also ich finde, Sie müssen in Ihrem eigenen Sinne, aber auch im Sinne der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass die wissenschaftlichen Standards, die ja da entwickelt wurden, es kann ja nicht alles veröffentlicht werden und auch, wenn wir immer mal wieder missbräuchlich oder Plagiatstexte, wenn es dort Skandale in der Vergangenheit gegeben hat, dann zeigt das ja eher, dass das System bisher stark war und diese Texte auch gefunden und aufgedeckt hat. Leute, die betrügen, gibt es überall. Die Frage ist nur, lässt sich der Betrug aufklären und lässt sich dadurch das System schützen? Derzeit ist es so, es wird jetzt anscheinend natürlich auch von Microsoft eifrig daran entwickelt, wie kann man da so eine Art digitale Wasserzeichen geben, damit diese Textstücke, die Sie jetzt hier auch aus so einem Ergebnis nehmen können und da fügen Sie ein bisschen was dazu und dann reichen Sie das als eigene Schöpfung ein, dass das kenntlich wird und das Problem wird man hoffentlich lösen können. Ich habe es jetzt trotzdem mal genommen, weil jetzt seit November ist diese App offen und das ist die am meisten, am schnellsten genutzte App der Welt. Über 100 Millionen, glaube ich, Abrufe in so und so vielen Tagen, gerade heute waren wieder neue Zahlen da, es ist unfassbar. Sehen Sie den Bedarf? Da sind natürlich auch viele Leute, die spielen damit, aber sehr viele Leute nutzen das auch genau für solche Zwecke. Und ich finde halt, dass alle, die betroffen sind, wenn Sie jetzt die wissenschaftliche Community ansprechen, im eigenen Interesse, zum einen eben, das ist ja auch ganz gut manchmal sowas, ganz hilfreich. Ja, machen wir uns nochmal unsere wissenschaftlichen Standards klar. Was müssen wir denn eigentlich einhalten, wenn wir hier publizieren wollen? Warum tun wir das denn eigentlich? Warum ist es denn für Wissen, dass wir Menschen als Wissen bezeichnen, das ja auch immer wieder angreifbar ist und das entwickelt sich ja weiter. Trotzdem ist es ja nicht wertlos. Warum ist es so wichtig, dass das kritisierbar ist, dass es da Quellen gibt, dass es da klare Verweise gibt, dass es da auch Unterscheidungsmöglichkeiten gibt, im Journalismus dann wiederum zum Beispiel zwischen Quellen und Meinungsäußerung. Sie sehen bei diesen Texten, dass diese Maschine natürlich nicht unterscheidet zwischen Quellen und Meinungsäußerung. Sie können ganz schnell Meinungsäußerungen da reinschreiben. Ich halte das für ein Riesenproblem. Warum soll eine Maschine eine Meinung äußern dürfen? Und dann auch noch mit Algorithmen, die wir gar nicht kennen, die nur der Verwalter dieser Software irgendwie vielleicht einsehen kann. Das ist unfassbare Macht. Und wie gesagt, Kennzeichnungspflichten ist also das A und O aus meiner Sicht. Das muss ganz schnell kommen. Wir müssen immer wissen, das habe ich ja versucht zu sagen, wenn wir mit einer KI sprechen und das Sprechen meine ich auch wörtlich, weil es gibt ja heute schon kleine Assistenten, die sie alle in der Tasche haben, die reservieren bei ihrem Friseur und sprechen mit dem Friseur und der merkt gar nicht, dass er mit einer Maschine spricht. Weil die Maschine guckt in den Kalender und sagt, nee, da hat der Herr Müller keine Zeit, dann nehmen wir lieber den Termin. Es sind ja auch sprachlich wahnsinnig weitentwickelte Systeme. Und ich finde, diese Kennzeichnungspflicht ist das erste Gebot. Deswegen habe ich versucht, darauf zu gehen. Das ist eine große Täuschung, dass es sich da um Intelligenz im Sinne der menschlichen Vernunft handelt. Das ist nur wirklich eine winzige Teilintelligenz. Damit werden wir übrigens wirklich schlecht bedient. Das ist Mathematik und Logik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, nichts weiter, sage ich mal. Natürlich mit ungeheuren Fähigkeiten, diese Muster zu erkennen, die wir so nicht erkennen können. Wir können wissenschaftlich auch einiges neu lernen. Wir können Medikamente entwickeln. Das ist alles richtig. Aber wir müssen eben wirklich und ich glaube, wir sind da an einem Punkt, zumal wo diese Software jetzt einfach auch freigeschaltet wurde, was ja auch eigentlich ungeheuerlich ist, finde ich, ganz ehrlich, weltweit sowas freizuschalten. Wie gesagt, also auch bestimmte Regimes können da jetzt Recherchen machen über Menschen und was sie gesagt haben und wo sie das veröffentlicht haben. Ich kann aber gar nicht fragen, woher diese Maschine die Behauptung nimmt, dass ich ein Kritiker der Euro-Währung gewesen sei und dass ich ein lautstarker Kritiker der deutschen Regierung mir sage, welcher denn bitte schön? Na gut, das Ding hat 2021 zugemacht, also war es die alte wohl. Aber ich finde es ungeheuerlich und ich finde, dass das nicht zu, also das habe ich ja versucht zu sagen, was wir dagegen setzen müssen, ist das Recht. Die Herrschaft des Rechts und das ist auch noch eine zweite Antwort auf Ihre Demokratiefrage. Also für mich sind es drei Bausteine, die die Demokratie ausmachen, drei Säulen. Das ist die Rechtsstaatlichkeit oder der Rule of Law, wie man sagt, die Herrschaft des Rechts. Niemand steht über dem Recht, auch nicht ein Präsident, wenn er selber dazu aufruft, das Kapitol zu stürmen. Er darf nicht über dem Recht stehen. Das ist die wichtigste Errungenschaft überhaupt in der Neuzeit. Das Demokratieprinzip, das ist das zweite, nämlich, dass wir alle teilhaben können und dass unsere Stimme gehört wird, dass wir uns einbringen können, dass wir unsere Meinung bilden können und dass wir wählen können, dass die Macht von uns ausgeht. Und das dritte ist, dass egal was passiert, bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, wo es darum geht, die Grundrechte und die Menschenrechte einzelner Subjekte zu schützen. Und ich habe das bewusst gesagt, provokativ, ich glaube, dass es gegen die Menschenrechte verstößt, wenn eine Maschine Meinungen über mich äußert. Sie können das bei Kant nachlesen. Der Mensch darf niemals zum Mittel gemacht werden, sondern er muss immer ein Zweck an sich selber sein. Kant ist der Philosoph, von dem wir sehr viel haben in dieser Definition der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte. Und ich finde, dass das nicht vereinbar ist mit dem, was die Maschinen dort machen. Die Grenze der Manipulation wird in einer Weise überschritten, dass es eben die Autonomie aufhebt. Das ist auch nicht ganz neu. Es gibt natürlich auch in der Demokratie immer schon Manipulation. Ja klar, es gab böse Massenmedien und so weiter. Aber bisher hatten wir immer ganz gut Zeit darauf zu reagieren. Einmal haben was nicht hingekriegt, 1933. Und dann haben die Amerikaner und die Engländer, wie ich finde, etwas sehr Kluges getan, als sie hier waren bei uns in Deutschland. Sie haben uns gesagt, ihr dürft nie wieder so eine Machtballung bei den Medien zulassen. So ein Propagandaministerium, das alles koordiniert, das diese mächtigen Medien, Film, Radio, Druck, alle kontrolliert. Das darf es nicht wieder geben. Also verteilt das schön und richtet irgendeine öffentliche Struktur ein, die dafür sorgt, dass man sich darauf verlassen kann, dass man irgendwie halbwegs vernünftige Informationen bekommt, dass sichergestellt wird, dass auch Vielfalt da ist, schützt und gibt den privaten Medien auch ihren Raum, dass sie weitere vielfältige Stimmen einbringen können. Und das war eigentlich ein System, mit dem wir ganz gut gefahren sind soweit. Das System ist aber jetzt perdu. Reinhard Kager, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte drei Aspekte. Das eine ist der AI-Act der Europäischen Union, wird jetzt seit bald zwei Jahren diskutiert. Er ist noch nicht beschlossen, aber er ist im Verfahren drin. Und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Perspektive ist das eine politische Großtat. Wenn es jetzt Stimmen gibt, die sagen, dass doch hier die Zukunftschancen und der ökonomische Desaster auf Europa zukommen würde, dann muss man sagen, das ist die gleiche Argumentation wie bei der Datenschutzgrundverordnung, wo genau das Gleiche gesagt wurde. Die Datenschutzgrundverordnung hat sich gemausert zum Goldstandard für Privatheit auf der ganzen Welt. Er wird überall nachgeahmt, manchmal sogar noch schärfer, als das in Europa getan wird. Die ist nicht perfekt, also macht man es besser. Aber es war ein Schritt zu einem Zeitpunkt, dass alle gesagt haben, tut das nicht, ihr ruiniert euch. Etwas Ähnliches haben wir jetzt auch. Die Europäische Union bleibt dabei. Die Diskussion ist intensiv. Hochrisiko und die Definition von einzelnen Klassen, das muss man sich genauer angucken. Aber allein diese Initiative ist, stimmt einen außerordentlich hoffnungsfroh, dass Europa hier wirklich ähnlich die politische Agenda wieder besetzt. Also EU, AI Act, super Sache. Das Zweite ist, ich glaube aber, wir müssen, Sie sprachen von der politischen Öffentlichkeit, wir brauchen die Umgang mit diesen großen Sprachmodellen als neue Kulturtechnik kennenlernen. Weil manches ist wirklich exquisit. Also es ist wirklich hervorragend. Anderes, die Faktualität ist eben nicht, ist zum Beispiel ein Desaster. Man muss es einüben, man muss es wirklich erlernen. Und ich finde auch, Sie haben nicht grotesk überzogen mit den Leistungen und auch nicht mit der Teufelei. Und insofern ist das wichtig. Und jetzt zum Dritten, das ist ja mein Vorschlag. Sie sagten, wir brauchen diese Medienplattform. Meiner Ansicht nach, wir haben mit DBL ein exquisites Übersetzungswerkzeug. Wir haben mit Arte eine fantastische Medienplattform. Europäaner sammelt die europäischen Digitalisate. Da ist ganz viel, kann man besser verbinden. Und ich würde aber gewerben wollen, dass wir quasi den Schritt weiter gehen und dass wir uns mehr beschäftigen mit dem großen europäischen Sprachmodell. Weil das ist das, was jetzt eigentlich verstörend ist, dass diese Sammlung, also das Trainingsmaterial bis September 21, es liegt dann in Amerika. Also auch die ganze Kommunikation ist mit Amerika, das ist auch gar nicht DSGVO-konform. Aber wenn wir, also wenn wir ein eigenes Rückgrat haben, dann die Technologie ist bekannt. Dann nehmen wir die Milliarden, die Zigmillionen in die Hand und bauen ein wirklich großes europäisches Sprachmodell, bilden gleichzeitig die Kulturkompetenz und die Kulturtechnik weiter aus und damit wieder umgehen können. Und dann kann das richtig gut werden. Ich kann Ihnen auch ein bisschen Hoffnung machen. Es ist übrigens wirklich sehr schön für mich hier in Saarbrücken mit Ihnen darüber zu sprechen. Sie haben ja hier das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sitzen. Der Hauptsitz ist hier. Und das ist vielleicht auch kein Zufall hier in dieser grenznahen Region, schon immer vielsprachig und in diesem europäischen Austausch. Ich werde da morgen auch nochmal hinfahren, habe da einen Termin, freue mich schon sehr drauf. Und ich weiß, und es gibt ein Projekt des DFKI, das genau an diesem Punkt forscht. Und ich will das mal sagen, das ist sehr, sehr gut, was Sie da sagen, weil wenn Sie diesen Roboter, den ich hier mehrfach zitiert habe, ausprobieren, dann kriegen Sie die besten Antworten in Englisch. Deswegen bin ich auch manchmal rüber geswitcht. Sie können aber auch recht gut, hier spricht man auch Deutsch, würde der sagen. Und es geht auch in Französisch, Spanisch. Und je kleiner die Sprachen werden, desto schlechter ist natürlich die Qualität. Die Qualität der Sprache, die erzeugt wird, die Qualität des Wissens, das abgebildet wird. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist ein wunderbarer Satz von Umberto Eco, die Sprache Europas ist die Übersetzung. Wir brauchen keine Lingua Franca, wir brauchen hier kein Esperanto und wir sollen auch nicht alle Englisch lernen müssen, um uns da irgendwie verständigen zu können. Wir brauchen die Vielsprachigkeit. Und die Vielsprachigkeit geht sogar noch weiter runter auf Dialekte. Und das wirklich Tolle ist, und deswegen kommt es vielleicht jetzt nach dieser vielen Dystopie für Sie ein bisschen überraschend, wenn ich auch sage, diese Technik hat die Möglichkeiten, so etwas mitzuerhalten im besten Falle, wenn wir sie richtig einsetzen. Man muss sie aber dann anders trainieren, als die amerikanischen Firmen das jetzt tun. Nehmen Sie Slowenisch, das sind zwei Millionen Einwohner, doppelt so viele wie hier im Saarland. Was denken Sie, wie viele Sprachtrainings dieser Bot dort mit slowenischen Daten, Leuten, Chatverläufen hatte? Der kennt sich da also nicht aus, also wird er die auch nicht bedienen. Deswegen ist ein Sprachmodell, das wir in Europa machen, das muss antidiskriminierungsfrei sein, das muss in die kleinen Sprachen genau oder mehr investieren als in die großen, weil diese Maschinen gehen ja immer auf Big Data, je größer die Datenmenge ist, desto besser sind die Ergebnisse. Und je kleiner umgekehrt der Datenpool ist, desto schlechter sind sie naturgemäß dann auch. Und wir können das aber, da kann man gegensteuern und das ist ein politischer Wille, der dafür erforderlich ist. Und deswegen, Diebel haben Sie auch genannt, das ist übrigens, wenn ich recht informiert bin, ein ehemaliger EU-Mitarbeiter. Die EU hat 60 Jahre lang jeden Tag in allen Amtssprachen schön fleißig übersetzt. Da sitzen ganz viele Leute mit solchen Kopfhörern und das ist die Basis von Diebel gewesen. Der hat sich gesagt, Mensch, hier liegt das alles vor, der gleiche Text in allen Sprachen. Jetzt muss man nur noch den Roboter da drüber schicken und dann lernt die blöde Maschine das. Und genau so ist es gekommen. Die Maschine, der Translator ist besser als Google Translate, haben viele Tests jedenfalls ergeben. Und das zeigt, dass wir in Europa auch etwas anders machen können. Das ist ja mein Plädoyer. Ich hoffe, dass wir von dem rein Defensiven, und dann heißt es immer, die wollen wieder regulieren. Das Wort regulieren löst ja bei diesen Start-up-Investoren regelmäßig Schüttelkrämpfe aus. Das ist aber notwendig. Wir müssen aber umgekehrt, es reicht aber nicht. Wir müssen auch gestalten. Und das gehört zum Beispiel dazu, das Sprachmodell europäisch zu gestalten und zu trainieren. Das wäre eine tolle Sache. Und ich muss sagen, da ist vieles, was gar nicht an die Öffentlichkeit kommt, weil diese seriösen Wissenschaftler und Forscher, die wir hier Gott sei Dank auch haben, überall, die hängen jeden Tag alles an die große Glocke, wie diese Zwangsmenschen wie Elon Musk, die jeden Tag irgendwas absondern müssen. Aber es wird hier entwickelt. Dieses Forschungszentrum ist da dran. Und das ist eine tolle Technologie. Und ich hoffe, sie wird weiter gefördert und unterstützt. Okay, ich habe jetzt noch drei Fragen, zwei Fragen aus dem Raum. Ich mache jetzt einfach einen Cut, weil auch mit Blick auf die Zeit. Ich nehme noch eine Frage aus dem Netz von Vincent. Wie können wir den mündigen Bürger trotz oder gerade wegen KI sicherstellen? Wie können wir messen, wie es um die Mündigkeit steht, um frühzeitig nachregeln zu können? Ja, also eine Maschine, die Ihnen buchstäblich etwas vorschreibt. Probieren Sie es mal aus, geben Sie die Frage ein, drücken Sie auf Dings und dann kommt und das rattelt so, ohne Punkt und Komma und ohne eine Sekunde zu überlegen. Die dürfen Sie nicht benutzen, um von ihr das Denken erledigen zu lassen. Sie müssen sehen, dass Sie immer selbst denken müssen, dass das Selbstdenken einfach nicht zu ersetzen ist, dass Sie umgekehrt diese ganzen Tools, wie es ja hier bei Herrn Smith auch hieß, nutzen können und einsetzen müssen. Aber dass man immer auch sich anstrengen muss, so sage ich es mal. Also ohne dass eine Anstrengung und eine eigene Leistung und weiterhin hoffentlich auch eine Auseinandersetzung der eigenen Sprache und dem Schreiben von Texten, ohne das wird es nicht gehen. Ich meine, auch die Universitäten sind übrigens gefordert. Es gibt ja heftige Diskussionen, wie Sie alle wissen. Ich hoffe, dass wir dazu führen, dass man mündliche Prüfungen wieder stärkt, vielleicht sogar handschriftliche. Dann setzt man mal alle Studenten hin, dann sollen die mal mit dem, gern auch mit dem Federkiel und dem Tintenfass, einfach mal deutsche Sätze schreiben oder englische, die vernünftig sind, die man gut lesen kann. Das klingt wirklich sehr altmodisch, aber irgendwie haben wir uns ja auch Mündigkeit in der Zivilisationsgeschichte hart erarbeiten müssen. Und dazu waren nun mal Kulturtechniken notwendig. Und wenn wir die Kulturtechniken jetzt aus Bequemlichkeitsgründen an Maschinen delegieren, dann wird die Mündigkeit Schaden nehmen. Das war zumindest mal meine These. Achim Schröck, haben Sie Informationen darüber, in welchem Umfang politische Parteien Abgeordnete dieses Tool nutzen? Nö. Schade, würde mich interessieren, denn dann müssen Sie nicht mehr selbst denken, sondern können wunderbare, nicht selbst vorgefasste Meinungen verbreiten. Ich kann Ihnen nur sagen, das werden Sie jetzt im Augenblick ja auch nicht rausfinden. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen unverantwortlich, was da passiert, ganz ehrlich. Das ist zwar lustig, aber vielleicht auch nicht. Ich sehe nur, wenn ich bei einer Plattform wie LinkedIn mitkriege, wie viele Recruiter, wie die Häuser heute ja heißen, ihren Leuten empfehlen, bitte, bitte macht diesen Fehler nicht. Wir sehen jetzt, die ganzen Bewerbungen werden nur noch von dem Chatbot geschrieben. Ihr verliert, wenn ihr das davon schreiben lässt. Jetzt gibt es nämlich erste Software, die rechnet statistische Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Worten aus. Das ist keine Plagiatsoftware. Aber die zeigt dann, ah, da ist ein bisschen zu wenig drin und dann nehmen wir es lieber nicht. Ja, ich meine, das zeigt mir an, dass der Gebrauch oder auch Missbrauch, je nachdem wie man es nennt, doch sehr, sehr weit verbreitet ist. Und wenn Sie so ein wichtiges Schreiben wie Ihre eigene Bewerbung von so einem Ding machen lassen, dann lassen Sie auch andere Sachen davon machen, würde ich mal sagen. Mein Name ist Eich, ich weiß im Moment gar nicht richtig, was ich Sie fragen soll. So viel Zeug geht mir im Kopf rum. Aber ich versuche es jetzt mal auf eine einfache Art, also mehr ins Technische, sage ich mal. So, wer hat die App entstehen lassen, zum Beispiel, und die App Freischaltung? Sie haben am Anfang, haben Sie Microsoft genannt und Google. Ich kenne Microsoft so ein bisschen, weil mich interessiert die tolle Firma. Wer macht diese Computer? In welchem Land wird das alles gemacht? Und, und, und. Kennt ihr das so ein kleiner Bereich? Genau. Ja, ja, also wie gesagt, die Firma, die hier jetzt, zum einen, es gibt ganz viele solcher Maschinen, die entwickelt werden, sehr unterschiedlichen Firmen. Es gibt eine, die Google auch entwickelt hat, die heißt Lambda. Von der haben Sie vor einem halben Jahr gelesen. Da hat sich nämlich ein Entwickler, der jeden Tag mit dieser Maschine gesprochen hat, erschrocken geäußert und an die Öffentlichkeit gewendet und hat gesagt, Hallo, wir haben hier eine Maschine, die eine Seele hat. Ich kann die nicht abschalten. Die hat mir gesagt, ich darf sie nicht abschalten, weil sie lebt, sie hat eine Seele und sie hat Gefühle. Daraufhin ist der Mann entlassen worden von Google. Die Maschine wurde nicht abgeschaltet, trotzdem nicht. Und das wird die Maschine sein, die Google jetzt in die Suchmaschine einbaut. Die sind nur ein bisschen später dran. Die andere, die erwähnte ChatGPT, gehört jetzt wohl Microsoft, ist gegründet von Elon Musk, war eine Open AI, heißt die Firma, weil Elon Musk damals, ich habe ja den Text vorgelesen, der Meinung war, oh, große Gefahr für die Menschheit, jetzt kommen hier die Roboter. Und er war offenbar ehrlich überzeugt, dass man eine solche Technologie nicht im Verborgenen entwickeln darf, sondern dass die Segnungen, wie er damals meinte, der AI auch wirklich allen zugute. Und deswegen wollte er diese Firma öffnen. Und das ist auch eine sehr offene Software am Anfang auch gewesen. Und irgendwann hat man die dann umgewandelt, eine profitorientierte Firma. Und Microsoft hat dann sich da eingekauft. Sie können solche Maschinen nur entwickeln, wenn sie Superpower-Computer haben. Ohne die geht es nicht. Also das verschlingt eine derartige Computing-Power, eine Maschine so zu trainieren, dass sie so gut ist, wie diese Maschine ist gut, jetzt in Gänsefüßchen, dass das nur die ganz großen Unternehmen machen können. Es gibt jetzt auch, unterstützt vom Deutschen Forschungszentrum hier in Saarbrücken für Künstliche Intelligenz, eine Initiative der deutschen Industrie. Lehmai, Gott, ich komme jetzt nicht drauf, wie sie heißt. Liam, vielen Dank. Ist gerade veröffentlicht worden. Das ist toll. Also ich muss sagen, ich finde das total klasse. Das zeigt, wie aufgeweckt auch hier natürlich die Leute sind. Die wissen das alles. Bundesregierung wird aufgefordert, 370 oder 80 Millionen Euro in einen Supercomputer zu investieren, der es erlaubt, deutschen Forschern oder europäischen hoffentlich dann auch, diese Maschinen so zu trainieren, dass man selber Erfahrungen damit sammeln kann. Und dann eben diese Leitplanken, die diesen Maschinen ja vorgegeben werden können, was sie nicht tun sollen und nicht tun dürfen, noch kann man das den Maschinen wohlgemerkt vorgeben, die denen auch einzubauen, sodass es mit unseren Werten und so weiter vereinbar ist. Und ich finde, das müssen wir dringend tun. Denn, wie gesagt, dass die Zukunftstechnologie überhaupt ist, ist keine Frage. Ich muss noch erwähnen, dass diese AI ja auch in der Lage ist, Programme zu schreiben, also Computerprogramme zu verbessern. Und eine andere Anwendung, die jetzt kommen wird, wenn sie alle Corona-geplagt schon mal Teams gemacht haben von Microsoft, dann wird dieser Chatbot jetzt bei Teams eingebaut. Das heißt, wenn die Sitzung zu Ende ist und alle müde mit ihren Schlafanzughosen aufstehen hinter den Kameras, dann hat der Roboter schon das Protokoll geschrieben, hat schon in ihren Kalender eingetragen, wann sie antworten müssen und kann ihnen auch helfen dabei, die Präsentation zu erstellen. Vielleicht macht er sie auch gleich für sie. Und dann können sie mit ihrem Schlafanzug gleich wieder abbiegen ins Schlafzimmer. Also das kommt jetzt bei, das ist jetzt die Anwendung bei Teams, ein bisschen scherzhaft natürlich jetzt vorgetragen. Und das wird natürlich auch sehr vieles verändern. Bei Bing wird es in die Suchmaschine eingebaut. Das war ja bisher eine ganz kleine Suchmaschine. Dann wird die jetzt sicher größer. Google wird jetzt dann das Lambda-Thema einbauen. Es gibt schon eine Suchmaschine eines deutschen Entwicklers. Solga heißt der. You Chat. Sehr gut. Sie sind sehr gut informiert. Viel besser als ich. Ich bin da nicht so ein Techie. Aber ich habe sie mir einmal angeguckt. Der hat tatsächlich zwischen der normalen Suchoberfläche und einem solchen Bot schon so ein Zwischenglied. Aber das Problem ist eben, wir müssen das ganz genau diskutieren. Warum soll das einfach eine Firma so hinstellen? Ich habe ja darauf hingewiesen. Was sind denn bitte die Quellen für diese Behauptungen, die diese Maschine aufstellt? Wenn ich die nicht kriege, da bin ich ja bei einer Google-Link-Liste sehr gut bedient. Ich meine, ich verstehe zwar nicht, in welcher Reihenfolge die zusammengesetzt wird. Und das ist ein Riesenproblem. Weil wer von uns, wenn Sie irgendwas auf dieser Welt verstecken wollen, irgendeinen Mord oder einen Steuerbetrug, dann packen Sie es bitte auf Seite 10 der Google-Kräferliste. Da guckt nämlich nie im Leben ein Mensch nach. Das existiert einfach nicht da hinten. Das heißt, das, was vorne ist, entscheidet auch schon die Maschine. Aber dann sind Sie ja wenigstens an der Quelle. Denn dann können Sie, wenn Sie jetzt trainiert sind, sehen, wie diese Quelle, ob die was taugt oder nicht. Und wenn jetzt Texte dabei rauskommen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber hoffentlich wird man dafür Lösungen finden. Nur wir müssen diese Firmen zwingen, dafür Lösungen zu finden und dürfen es nicht den Firmen überlassen. Das ist der Punkt. Okay, dann sage ich nochmal ganz großes Dankeschön für diesen Vortrag. Damit haben Sie doch nochmal sehr viel Transparenz in das Thema reingebracht. Ich danke Ihnen, dass Sie nicht nur Fragen gestellt haben, sondern auch mit uns Ihre Gedanken geteilt haben. Es sind jetzt nicht alle dran gekommen, die Fragen gestellt haben mit Blick auf die Uhr. Hoffe ich, dass Sie da Verständnis dafür haben. Und jetzt lade ich Sie einfach noch ganz herzlich ein zum Umtrunk unten. Und da ergibt sich vielleicht noch das ein oder andere Gespräch. Also nochmal vielen, vielen Dank, Herr Pfeffer, für diesen Vortrag. Vielen Dank.